so nach langer langer absenzen aber weniger dachte ich mir drei mal wieder eine runde mal gucken was so spielt sich halt scheiße mit krippe unter ja leider bildschirm des todes oder was sieben brutale fps meine fresse 20 fps naja besser als nichts ja doch kann nicht klagen das ist viel zu erzählen aber das machen wir vielleicht anders ja ich hätte ja schon mal wieder öfter gespielt aber ich lag jetzt woche mit krippe im bett das war nicht so sexy ja glaube ich denn dann erste woche wieder arbeiten überhaupt keine zeit zum zacken auf arbeit alles gut dein lehrling ist ja auch hier fleißig am schreiben auf disco habe ich gesehen jetzt ist er nicht mehr mein lernen jetzt ist eine andere abteilung ach was aber ihr habt noch kontakt oder was ja sicher alle meine lehrlinge ja so warte mal ich impf dich mal was gegen was in der gruppe gegen was gegen was gegen in machen wir ach so ja du kannst ja mehr hinterher train das scheint ja zu funktionieren das versuche ich gerade momentan habe ich noch ein black screen aber das sollte hoffentlich gleich wie eine oberkante von einem bett aussehen ja da ist es auch schon wollen wir auch gleich der party anwalten erstmal gucken ob ich hier aufstehen kann und kommt er drüber ja ja über die bettkante manchmal hängt er sich ja vorher schon auf hey das ist bei mir so die die struggle zone ja ich bin auf port ollie das ist ja was nehme ich denn hier nochmal an bin ich jetzt in der gruppe ja ich gucke ich bin auf plattform beta ok ich habe gar keinen space suit an habe ich nicht angenommen ja ich habe einfach nochmal geschickt probier mal ob das an weil ich weiß nicht mehr auf was ich es gelegt habe ich glaube es ist plus keine ahnung also ich habe bisher noch keine ok warte ich schon Info bekommen dass sie siehst du mein test im chat warte mal muss ich den chat auch wieder anstellen oder ja das ist ein bisschen komisch drück mal auf enter und schreib irgendwas dann geht der an ne kein chat vorhanden bei mir was habe ich noch ne konsole war es wohl nicht ähm controls oh thomas alberto hat subscribed yeah ach warte äh auf was streamst denn du alles ich wollte ein kumulitrone noch also ich habe twitch ich habe mixer ich habe youtube und smashcast das ist klar du läufst auf allen grad jo ok besser auf vier statt eins hehehe warte mal kurz ich muss kurz hier mein laptop holen 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 wo ist mein laptop habe ich ihn in Luxemburg stehen lassen oder was gut okay sind wir jetzt schon in der gruppe hast du überhaupt schon was von 30 gesehen ja port kleine rundreise machen ja auf jeden fall zum geburtstag streben da habe ich ja auch ein bisschen flotte umgebaut habe jetzt endlich mal nicht gemietet wollen wir noch mal ins hauptmenü gehen oder nee ich guck gerade wo ich die einstellung hier für darky bindings aber er sagt mir auch nicht vielleicht antwort oder sagte mir auch nichts von was ich mitgekriegt habe die haben ja irgendwelche tastenkombinationen eingebaut oder kastaturbelegung die gibt es noch gar nicht in der auswahl okay das manchmal echt komisches verhalten du kannst zum beispiel dafür oder was macht er schon animationen bei irgendwas oder wie man schiff steuerung vor allem manchmal wenn ich zu oft auf boost drücke dann schalte ich mein quantum speed runter dafür gibt es wirklich einen knopf aber du kannst sie nicht bewegen belegen manuell der erste freeze oder ich bin mir nicht sicher die maus kann ich noch bewegen aber der bildschirm und ist es ist eine ssd ja und bord also über das neue protokoll direkt auf mainboard gibt es doch wie heißt dieses komische protokoll abholen die 2.0 oder so eine m2 ja okay gut las blick nehmen wir mal die cutlass sieben wir haben haben wir erst mal sex wir haben erst mal vor uns überhaupt auf einmal in einem raumschiff zu finden oder überhaupt auf einem server und dann mal gucken was wir machen ein kollege hat wie gesagt noch nicht viel gesehen von 30 haben wir warten wieso habe ich keine waffen in dem schiff da oben sind waffen dran ich mach mal deine streams aussieht sorgen natürlich auch ein paar ressourcen jetzt sind meine waffen schon wieder weg ich habe mir vier größe 3 panther repeater geholt jetzt nur noch nicht weiter da krieg ich doch schon oder in zu viel krieg doch da lobbyer was lobbyer soll ich nochmal kurz ins hauptmenü gehen ja ich habe nochmal neu und dann probieren wir das nochmal falls es nicht funktioniert lasse ich nicht aufhalten die andere sache ist ich krieg direkt beim start zwei fehlermeldungen blablabla installations pack 4 nicht vorhanden hast du schon mal auf verifizieren gedrückt wenn ja seitdem ich das habe ungefähr 10.000 mal aber ich habe kein bock es neu zu installieren weißt du was du mal machen kannst du kannst du kannst du das da sind ausmachen dann gehst du mal in dein update data ordner und lösch die daten vom launcher das könnte gut kommen das machen wir noch mal irgendwann vielleicht im anschluss nach dem versuch ok also ich bin jetzt hauptmenü und drücke auf ihn weit ich starte ach du bist ja gar nicht im spiel neu gestartet was bin wir noch als online angezeigt ach schön so jetzt bin ich online ok ja machen wir das nochmal hast du was bekommen nein ich sehe dich online ich entweite dich mal was bekommen natürlich nicht schön und jetzt ich gehe nochmal kurz aus dem spiel so launch also auf jeden fall norder probleme haben sie sich da rein gepätscht ich muss sagen da wurde letzte ptu bild besser als das was ich allein geschaltet haben sie sagten ja für das erste update nur performance oder hauptsächlich das was nebenbei noch kommt kommt noch aber hauptsächlich performance ich bin gespannt so jetzt im hauptmenü aber mal so gesehen da sich die technik ja jedes jahr verbessert und bis das rauskommt live ist haben wir eh ganz andere rechner wir beide ja das stimmt naja ich habe jetzt gerade geupdatet das reicht erstmal vier jahre ja ja hast du in welt bekommen ne ich schick dir auch nochmal ja hier warte habe ich angenommen wo sehe ich das nochmal warte mal ich mach mal kurz wo ist die einstellung wo ist die einstellung wo ist die einstellung und warte mal dann machen wir das mal auf jetzt müsste ich in deiner gruppe sein jetzt müsste ich in deiner gruppe sein you have joint tropis party nice dann versuchen wir das mal ja gehst du vor gehe ich vor ja probiere ich probiere mal vor zu gehen wenn ich dich einweiten inweiten konnte best region ja ich mache auch immer best ja ich join jo auf jeden fall oh cool ich brauche nicht mal was klicken also ich habe nur auf ja gedrückt jetzt habe ich dich mit jetzt auf den server gezogen oder wie sieht so aus auch easy also ich habe heute bereitschaft kann sein dass ich vielleicht mal zwischen euch arbeiten muss jo kein ding ich wie viel spf kriegst du hier ich mache es gar nicht an alter ich will es überhaupt nicht wissen also jetzt habe ich gerade 7,8 7, irgendwas im schwarzen monitor ja da bin ich auch noch irgendwie sind die latzeiten komisch lang heute aber jetzt kommt was ja jetzt bin ich auch da äh macht es sinn meinen ram ein bisschen zu schwitzen zu bringen oder so für star citizen wie viel hast du 16 ja schon ein bisschen knapp ich weiß ich weiß ich muss aufrüsten also ich habe mir jetzt ja auch neues brot geholt und erstmal mit 32 bestückt und kann nochmal 32 nachschieben wenn ich Lust habe ja das wäre schon schick so ich bin da ja bist du auch schon auf erstanden ich bin auch auf erstanden ja und ich bin auf platform beta hast du eine heavy armor oh ich lege ich merke es ist auch ganz schlecht wenn ich in der nähe von anderen spielern bin hat man ja lange nicht sowas ja ich habe heavy armor an rennst du ja gerade in dem raum rum und stehst auf der treppe ich stehe in so einem gang mit so einem piraten outfit ich habe gerade keine dings an oder ja 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 das hat sich immer wieder aufgehängt du hast sich schon wieder aufgehängt was schon wieder aufgehängt was ist es es ist ein mega lag jetzt seit 10 sekunden ooooh ich glaube da brauche ich nicht mehr warten oder oder wartest du dann noch auf was passiert nach 20 sekunden ja ja eigentlich nicht irgendwie vielleicht liegt das sogar an der festplatte an der m2 meinst du ich kann sein mal nun ist noch der party leader du bist raus glaube ich ja 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 so kurz alles zu machen das ist echt naja die mussten halt irgendwas rausbringen ja 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 ich weiß nicht ob das alles richtig läuft ja sind alle gespannt weil ich rief echt besser auf dem letzten ptu bild da war weniger spieler drauf oder naja aber nicht pro server da brauchen wir folgen ja 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 dann arbeiten sie ja wenigstens an was also haben zumindest einen konkreten ansatz auf jeden fall ich bin froh dass ich nicht diesen kugelpack habe dass ich jetzt klein und weiße kugeln das habe ich mal einfach die einstellung ein bisschen runter stellen und sage ich mal auf pixel grafik spielen einfach läuft das ja 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 das wäre echt mal interessant du kannst du mal okay task task manager vielleicht mal gucken ob irgendwas ausgelastet ist ja vielleicht ist du vielleicht kannst du mal deine auslagerungsdatei vergrößern weil die standardmäßig windows 10 ist sie nur 800 megabyte und das ist gar nichts da hast du gar kein puffer wenn mal der ram voll ausgelastet wird ja ja dann ja also ich wir probieren es doch einmal ansonsten machen wir das jetzt ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen was angemacht ja ja ich geh mal ein bisschen an CPU auslastung ist bei 60% arbeitsspeicher 33% alles unter 0% verbrauch außer discord bei 3% über clock modus an ich schmeiß mal alle lüfter auf 100% also hitzen wird da nichts ich denke ja wirklich das könnte wirklich an deiner auslagerungsdatei liegen das vielleicht wenn so ein peak kommt dass das dann zu viel ist ja ja kann ich mir gut vorstellen der ist auch nie über 8,3 gigabyte auslastung bei ram also ich bin bei knapp 10 ja siehst du nur star citizen ja was hältst du von der idee star citizen auf nach am disk laufen zu lassen ja wenn du so viel geld für arbeitsspeicher hast ja es sind nur 1600 euro was sowas kostet naja kommt ja drauf an wie viel arbeitsspeicher du reinzimmern willst also du müsst ja wenigstens 124 gigabyte kriegst du für 1600 von Kingston ein einziger ein einziger sogar naja dann brauchst du ja zwei ein boot ich bin mir sicher ein boot was das unterstützt naja das kommt ja auch noch dazu achso ich meine es ist schon nicht schlecht ne das ist immerhin ein msi gaming m3 oder wie heißt das nicht m3 sondern wegen des baladablauchstab 3 das ist ja egal du musst lesen was dein boot unterstützt maximal ran ja weil da brauchst du schon ein serverboard dazu und dann hast du wieder schlechten cpu dazu das heißt nochmal sechs jahre warten bis die technik auf 32 gigabyte beziehungsweise höher switcht wahr ich bin wieder auf port ollie ok aber was meinst du mit höher switcht ist doch schon ne das ist also nach ein paar jahren sind die spiele doch größer dann brauchen die auch mehr arbeitsspeicher so wie star citizen jetzt naja das ist richtig dann wartet man nochmal vier jahre und dann braucht man auf einmal 62 gigabyte hm und dann gibt es eher boards gaming mother boards die anstatt 62 124 unterstützen werden kann sein kann sein ja na es gibt ja jetzt schon ein 128er board aber ja schon krass so also du bist immer noch eine gruppe laut star citizen bei mir hm ich glaube mein bildschirm hat er sich wieder aufgehangen hahaha alter schwede was geht denn bei dir ähm also ich habe es auch schon zum laufen gebracht dass ich in port ollie rumlaufen konnte nur sobald ich halt auf schiff hol geklickt habe dass ich dann aufgehangen dann sag mir doch mal wie ich die auslagerungsdateien erweitere ähm also 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 ich habe ihn die 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 Also, du gehst auf das System? Warte, warte, warte. Oder, ja. Systemsteuerung oder Systemunsicherheit? Normale Systeme und dann erweiterte Systemeinstellung. Damn, jetzt weiß ich nicht, wo du guckst. Warte kurz. System. Und dann? Dann müsstest du haben, auf der linken Seite, oder geht es um Systemunsicherheit? Systeme und dann erweiterte Systemsteuerung. Oder du suchst einfach erweiterte Systemeinstellungen anschauen. Oder wenn du auf den Windows-Knopf drückst. Erweiterte Systemeinstellungen anzeigen. Computer Name, Hardware erweitert, Computerschutz remote. Und dann geht es auf erweitert und dann auf Leistung. Äh, Leistung. Und dann auf Einstellungen. Visuelle Effekte erweitert oder Datenausführungsänderung. Visuelle Effekte. Ja. So, dann kommst du den nächsten Tab, erweitert und dann auf Enderung. Ja. Was? Ja. 2.432 MB? Ja, ja, das ist ein wenig. Was? Okay, Auslagerungsdateigröße für alle Laufwerke automatisch verwalten aus, würde ich sagen. Ja, dann machst du den Haken oben raus. Ja. Und dann haust du mal, was weiß ich, mal 10 GB ein. 10 Riesen, ne? Ja. Anfangsgröße oder maximale Größe? Mach ich bei Anfangsgröße was rein? Äh, nö. Okay. Äh, festlegen. Dann machst du den Benutzer definiert, genau. Und dann maximal machst du 10 GB oder was? Ja, 10 GB reicht. Doch, ich muss eine Anfangsgröße einstellen. Also gebe ich ein Alter ein, oder? Ja, gib sie, das, was vorher drin war, ein. Okay. Computer neu starten. Bis gleich. Ja. 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 Ja, da fliegen wir mal noch ein bisschen. Sinnlos durch Weltall. Guck, ob meine Glaive jetzt endlich mal Triebwerke hat. Wurden wir schon einen guten Abend, wenn der Kleid eingeschaltet hat. Natürlich haben wir da keine Triebwerbe, auch nicht schlecht. Moin Nico! Wie geht's? Was geht ab? Ich bin gerade hier Kollegen am warten, wir sind ein bisschen am Startsetters und versuchen bei ihm richtig zum Laufen zu kriegen. Ist ein bisschen schwierig im Moment. Hallo! Oh, das ging aber schnell mit neu starten. Ja, ich sag doch, so schlecht ist er nicht? Ja, auf jeden Fall. Und meine Clave hat wieder mal keine Triebwerke, das ist äußerst sexy. Was? Musst du schieben, oder was? Ja, ja. Feuerzeug hinten dran halten, damit bis irgendwas rauskommt. Ja, wenn drin. Theoretisch könntest du einladen. Oh, da kommt was. Was? Tschüss! Äh, probieren wir Plus. Bin ich drin? Yo! Ja, hey, da ist er! Nein, die Client, du hast abgelehnt. Ahhhh, okay, warte. Kannst ruhig sagen, wenn du nicht mit mir spielen willst. Doch, doch, Frank, schon okay. Alter, ich weiß nicht den scheiß Button, um das anzunehmen. Der funktioniert nicht, der automatisch besetzt dann. Wo ist das? Keybindings? Und dann Social... irgendwas, Social Interaction bei Advanced Settings. Äh, Advanced... Social... Social Invites. Accept Left Bracket machen wir auf Positiv. Soll ich nochmal? Wada, wada. Reject auf Minus. Okay. Yay! Leif! So, Crusader. Du bist schon drin? Ich bin immer noch auf Beta, ja. Ach, du kannst im Spiel mich einladen? Ja. Ging das vorher auch schon? Ja. Ach. Na gut. War noch ein bisschen umständlicher. Nehmen wir mal die Cutlass. Nehmen wir Cutlass oder... Oder... Wasen. Oder... Ach, die Cutlass Black, die wurde doch überarbeitet. Ja. Ja, dann... Achso, schon im Game? Jo, ne? Ja, sicher. Ja, dann zeig mal her. Steht schon. Ach ne, warte, die Clave steht gerade draußen. Warte. Oder ich nehm die Clave. Ja, warte. Kannste ja schieben, wenn du willst. Ja. Ja, stimmt. Oder kann man die in die... Was? Die Cutlass packen? Was, die Clave? Ja. Die Clave ist viel größer als die Cutlass. Okay, scheiße. Scheiße, das hab ich vergessen, wo ihr mein Schiff stellt. Negal. Irgendwo hier hinten. Wurde sie angezeigt. Gibt's sonst was, wo man die Clave reinpacken kann? Äh... Noch nicht. Spiel ready. Ja. Wie die Capital Chips und sowas. Ja. Und? Hat sich aufgehangen. Instant, oder was willst du, Michael? Ja. Oh, okay. Dann liegt's dann schon mal daran nicht. So. Wie ist da? Jetzt bleibt er sogar bei 7,4 hängen. Bei 7,4? Gigabyte Arbeitsspeicher. Okay. 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 Wir versuchen zusammen zu spielen. Ja. Bei Chris und ich. Aber der Chris seinen Computer will nicht spielen. Das Spiel. Der mag nicht. Da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen Zeit rein investieren. Kannst du mich nochmal einladen? Das raff ich nicht. Ich habe bei mir installiert. Boom. Lief. Du bist immer noch in der Gruppe. Laut Anzeiger. Okay. Ich stand ja auch gerade einfach nach. Ach. Scheiße. Jetzt sind meine ganzen CF 33 weg. Ich habe viermal die Gatling Gans. Nicht eine verfügbar. Was? Was? Keine Ahnung. Jetzt backst du das nun so. Achja. Achja. Wenn man die schwere Rüstung an hat, dann schafft man es öfter mal, dass man sich lang legt, weil er ohnmächtig wird. Achja. Das habe ich in einem Video auch schon einen gesehen, der sich mega beschwert hat. Kann doch nicht sein. Da bin ich ja fitter als der Spielcharakter, der kippt ja hier gleich um. Ja, das habe ich auch gesagt, wo ich das erste Mal auf der Treppe lang lag, weil ich ohnmächtig geworden bin. Du, Frank, jetzt läuft es schlechter als vorher. Echt? Ja. Warte mal. Ich probiere jetzt mal was anderes. Äh, System. Aber hast du dein Windows und StarCity sind alles auf einer Partition jetzt gerade? Ja. Ja, ja, natürlich. Alles auf der SSD. Ja, ja. Vielleicht das auf eine separate SSD packen. Wo ich mir noch eine kaufen. Ich hab noch ein paar hier. Haha. Man könnte es probieren, ja. Wieso ist meine Freelancer auf Lesky? Ähm. Was war das bei System und Sicherheit und dann? Ne, ich hatte das anders gesucht. Erweiterte Systemeinstellung. Genau, erweiterte Systemeinstellung, Anzeigen. Erweiterte Leistung. Dann auf Erweitert und dann in diesen Effekte Einstellungen. Ich ändere jetzt mal die Anfangsgröße. Aber maximale Größe müsste ich doch eigentlich 16 GB eingeben, oder? Na, eigentlich kannst du so viel machen, wie deine Festplatte groß ist. Aber mach mal 8 GB. Ja, ok. Festlegen. Ok. 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 Wie groß meine RAM ist, meinst du? Na, ne. Weil du kannst ja... Ähm... 8.590 MB. Ja, ich versuch grad mit 8.432. Ja, das ist keine Zahl. Die Computer versteht. Schade. Dann kann ich gleich wieder schließen. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Letztens habe ich mit der M50 One-Shot auf einer Bukanier gelandet. Hahaha. Die war aber schon fast down, oder was? Nein. Echt? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie ein Loch zwischen den Schilden gefunden. Ok. Genau als im Cockpit von oben reingeschossen. Hm. Zwei Schuss. Boom. Kaputt. Und das mit S1-Waffen. Hahaha. Knaller. Äh, was war das jetzt? 8.500? 8.590. 8.590. Ok. 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 Ansonsten lasse ich einfach über Nacht nochmal neu installieren. Hahaha. Scheiße. Oh! Oh! Wenn mir schon zwei Fehlermeldungen rausspringt. Scheiße, ich kann's nicht lesen. Zu klein. Aber danke für... Follow. Ah, hier steht's ja. Musiker. Tate Soufflé. Ok. Frankreich oder sowas. Meine M50 ist destroyed. Ok. Wollen wir uns hier doch mal wieder. Zockst du noch Fortnite? Nein, nein. Gerade in der Zeit nicht. Ich bin gerade voll am der Billions anzocken. Das ist Zombiespiel, ne? Ja. Das fetzt auch. Das ist voll so Zeitfresser. Und meine Gladiator, die hab ich auch schon ewig nicht mehr geholt. Die können wir mal entstausen. Your ship has been delivered to the following landing pad. B02. Gucken wir uns mal in die Gladiator. Wollen wir das später auch machen müssen? Das Schiff putzen? Hoffentlich nicht. Also da können sie übertreiben. Aber sie haben ja gesagt, das Material wird irgendwann abgenutzt. Alter, ja. Das wird interessant auf jeden Fall, wie schnell und wie sich das auswirkt. Du hast es schon mal geschafft, wenn ich so im Planeten eintrete und wenn du dann die Schilder unternimmst, dann zerfetzt dir die ganze Außenhöhle und du fliegst nur noch mit dem Skelett rum. Das sieht lustig aus. Hm. Also ich komm gar nicht mehr rein, mein Freund. Was? Also vorher konnte ich noch aufstehen, seitdem wir hier irgendwelche Einstellungen geändert haben. Kommt er nicht mehr aus dem Bett. Das ist ganz schön traurig. Dann mach wieder Reset und Gutes. Sieht eigentlich auch schick aus, so eine Gladiator. Oh, sie hat nur es. Da müssen wir mal richtige Waffen dran machen. Nicht so ein Spielzeug hier. Aber ich will die Taranto das nicht runter machen. Die sind alle auf der... Warten drauf. Äh, auf der... Freelancer. Also das Ätzend, dass ihr der Hälfte meiner Waffen fehlt. Das ist echt zum Kötzen. Ja. Musst du mal kurz neu starten? Ja. Wieso ist denn hier kein Willkommensspruch drin in dem Raumschiff? Auch interessant. Oh, da ist er hier. Also das ist ja echt krass schnell, so ein M2. Ja, also... Ich liebe meinen Rechner schon, muss ich sagen. Das ist echt krass schnell. Startet echt gut schnell. Okay, dann ist es hier schon schnell, aber das ist ja echt der Hammer. Ich glaube nicht, brauchen wir sonst so einen Streifen holen. Ja, Mann, da ist schon geil. Die Gladiator hat gar keine Sprüche mehr und sowas. Kein Willkommens, bla bla bla. Und was richtig ärgerlich ist, dass das Racing alles nicht mehr funktioniert. Tja, auch jetzt habe ich mich mega geärgert. Da dachte ich mir, ey, das hättet ihr doch so lassen können, wie es war. Ja, und jetzt spawnen ja Sachen ineinander und alles so in Krempe. Das macht keinen Spaß nicht. Bugfest! Oh, ja. So, ich versuche dir nochmal nachzujoinen. Ansonsten, wenn ich dir nicht nachjoinen kann, probieren wir es nochmal andersrum. Ansonsten müssen wir, glaube ich, die Session so lassen, wie sie ist. Hä? Oh, jetzt kann ich nur noch die zwei Waffen nutzen. Und nicht mehr den Turm. Achso, stimmt ja. Das ist ja ein bemannten Turm. Das sieht lustig aus, der Turm da oben drauf. So Bullauge. Irgendwie hatte ich auch keine Triebwerksanimation. Da kommt kein Feuer nicht raus, nur weißer Rauch. Aber er hat schon was so von oben. Können wir mal glatt mal ein Screenshot machen. Oh. Oh. War. Warte. Er ist aufgestanden. Ich versuche mich ganz, ganz langsam. Pixel für Pixel. Schritt für Schritt und gebe ihm alle paar Sekunden so ein Stückchen zum Rechnen. Ja. Auf die Plattform bewegen. Auf die Plattform bewegen. Was hast du jetzt wieder eingestellt? Ähm, 200, nein, 2432 Anfang, 2958 maximal. Okay. Das andere wurde mir als empfohlen angezeigt. Also ich muss sagen, wo ich die 32 GB drin habe, läuft das alles viel besser. Mach ich jetzt auch gerne. Also wo ich die 16 drin hatte mit Streaming-Software, das war echt am Anschlag immer. Aber da hat's geholfen, meinen virtuellen Speicher auf 16 GB hochzuziehen. Also die Auslagerungsdatei. Was? Auf wie viel? 16 GB hab ich da nochmal draufgegeben. Ja, das ist natürlich auch schick. Was sieht der Pot eigentlich von innen aus? Weißt du schon, dass man dann später nicht mehr mit schwerer Rüstung, äh, oder allgemein mit Rüstung Flugzeuge fliegen kann? Äh, noch nicht mal mehr mit irgendeiner Light Armor Scheiße oder was? Ne, nur noch mit Fluganzügen. Und der Fluganzug ist dann verstaut jedes Mal im Flieger? Oder kann man nicht in jedem Flieger eine Armor mitnehmen? Ne, du, die wollen dann machen, dass das dann halt deine Rüstung vorher ausziehen kann. Okay. Oh, was machen wir denn? Ähm, ich bin auf Alpha. Caria Rossell hat subscribed, yeah. Was, du bist jetzt tatsächlich sichtbar irgendwo? Ich, äh, ja. Na, oder, dann drehe ich mal ums Alpha. Ähm, jetzt muss ich nur noch meinen Spacehuter irgendwo anziehen. Äh, normalerweise auf F1. F1 und dann? Und dann gehst du auf das Männchen-Symbol? Ja. Und dann auf Armor. Hab ich nicht. War sicher. Ich hab nur Clothing und Undersuit. Naja, Undersuit? Achso, dann hast du ja keine Rüstung. Ah, Odyssey Flight Suit. Ah ja, okay. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Halt. Change. Equip. Ah, verdammt, wo ist nix hier? Bordelizer. Ah, hier oben. Hauptsache erst mal am Ramm rumgepfuscht, ne? Das ist ja nur Auslagungssortel, das macht ja nix. So, ich bin im Anflug. Mach grad Quantum-Sprung. Gucken wie... Oh, ja, das dekomprimieren ist auch schon schön atmosphärisch, muss ich sagen. Schon schick gemacht. Die Schleusen gehen viel schneller auf als vorher können es sein. Ah, ich bin auf A5 bis A6. Ich muss erst mal gucken, wo ich Landererlaubnis kriege. Wow, Alter. Hm, das gibt's jetzt auch schon alles, wie geil. Ja. Drum ist das immer gut, wenn du einen zweiten hast, der kann dann im Anflug schon mal Landererlaubnis einholen. Hast du schon gleich einen mit Cockpit für zwei? Na, warte, ich hol dann. Also die Gladiator, die können wir auch zu zweit fliegen. Wo bist du? Beta? Alpha? Alpha 5. Guck mal, ob ich da Parkplatz kriege. Also alles frei hier, wie's aussieht. Ich weiß noch, mein erster Moment, als ich's gestartet hab und das erste Mal rumlaufen konnte, ne? Ja. Dann lauf ich in Port Olli an dieses eine Fenster, wo du die Ringe durchsiehst und Crusader, ne? Ja. Und ich dachte mir, oh, wie schön. In dem Moment hängt sich der Computer auf. Dann dachte ich mir, jo. Das hat er vorher auch noch nicht gerechnet. So, wo haben wir Parkplatz? Ja, auf Alpha 1. Das ist doch immerhin schon mal was, da kann ich doch hinkommen, wahrscheinlich. Ist das ein großer? Ein kleiner. Ähm, wie gebe ich mich mal in die Schwerelosigkeit? Wo bist du? A5. Ah. Zero G. So, ich habe geparkt. Band in complete. Have a pleasant say. Ja, willst du mich verarschen? Jetzt kann ich nichts mehr drücken, oder was? Ja, sag nicht, du bist hängen geblieben in der Luft. In der Luft hängen geblieben. Mach mal, äh, Suizid. Wie? Ich weiß nicht, was Standortbelegung dazu ist. Ach, scheiße. Siehst du überhaupt meinen Test im Chat? Nee. Warte, Chat kann ich auch gleich mal richten, solange ich hier noch in der Luft schwebe. Oh, Mann, ey. Ja, das ist... ...anstrengend. Keybindings. Dann starte ich nochmal. Ah, es gibt ja Control Profile. Schön. Mein Schatz hat mir eine neue Tastatur geschenkt. Yeah. Was gab's denn schönes? Eine Logitech G910. Oh. Ja, oh, ne? Hab ich auch gesagt. Hab ich auch. Die ist geil. Die ist wirklich geil. Du hast die auch? Ja, ja. Ja, die ist schick, ne? Vor allem kannst du schön die Tasten alle einzeln beleuchten, wie du belegt hast. Ja, da hab ich auch schon rumgespielt an der Beleuchtung. Das ist total Hammer. Total übertrieben, aber schon sehr gut. Aber generell das Tool, das hast du ja bestimmt auch runtergeladen, das hat ja voll viele Funktionen. So, Social bestimmt, oder? Social General. Contactless Chat. The Focus Return. Ja, ist er. Hast du überhaupt schon, äh, richtige Ausrüstung? Waffen und sowas? Nein, ich bin, nein. Das einzige, was ich mir gekauft hab, war ein bisschen, äh, ein anderes Satz Schuhe, glaub ich. Also hast du noch hier deine 5.000 oder 4.000 bisschen? Ja. Dann können wir das mal aufstocken. Also ich hab jetzt nur mal kurz so 200.000 gemacht, damit ich ein bisschen mehr alles holen kann und dann ist gut. Okay. Was macht ein F12 bei dir? F12 ist bei mir ein Chat. Macht bei mir gar nichts. Ja, drück mal F12 und dann Enter. Ah. Und dann schreib mal was. Achso, äh, du musst natürlich erstmal mit Alt-GR, musst du erstmal auf offiziellen Chat gehen. Ja, aber ich komm ja noch nicht mal ins Chat-Fenster rein, Alter. Bist du immer noch an dem... Ah, warte, 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 warte. Ah, äh, 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 main. Hast du das geschrieben? Mhm. immer noch nicht nicht auf meinem server nicht dein ernst hat er kann ich dich nicht direkt anschreiben sogar jetzt ja ich sehe dich test du musst ja einzeln umschalten ist ja beschissen schreibt noch was im main channel sind wir gerade nicht main channel also wenn die schrift weiß ist dann bist du main channel sie sind wir auf zwei unterschiedlichen servern jetzt ok oder warte mal vielleicht guck mal dass du aufstehst weil wir hatten ich habe mal mit 0 habe ich mal gespielt und da hat er mich nicht gesehen aber meine schiffe und so weiter ich war unsichtbar aber er könnte mit mir mitspielen ok alles klar probieren wir ich habe exit to menu also mach einfach suizid und dann guck wo du rauskommst zu spät ich rejoine dir gerade ja jetzt habe ich sogar flammen na gut was blaues habe ich was fliegst du denn gladiator ich habe gerade eben gesehen für eine g940 gibt es so ein preset für star citizen gibt es doch auch ja habe ich gerade eben gesehen für eine g940 gibt es so ein preset für star citizen ich habe eben den einstellungen sogar angezeigt bekommen wenn wir sie auf die lane gekriegt haben meinst du die bringen sowas für g910 auch raus das wäre schon ziemlich stieg kann man bestimmt auch nutzen ok ich starte stehe auf die hat auch schon lange nicht mehr bewegt auch mal wieder schick aber was ich dann schon ein bisschen krass finde wenn sie dann sowas wie essen und trinken und sowas einbauen wollen aber ich weiß nicht ob das dann wird dann glaube ich ein bisschen zu zu viel realistisch zu sehr realistisch ich finde es gut muss ich sagen naja sicher auch das wird auch was mehr worum du dich kümmern musst ja 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 aber dann ist die reise halt auch eine reise also das haben sie auch gesagt also es soll ja auch der weg ist das ziel ist nach dem motto du musst während dem flug das gefühl haben genug zu tun zu haben ja wo ist denn meine kryo schlafkammer wenn sie schon mit sowas anfangen ich kriege sie nur eine super deluxe 600i survivor edition ja wohl kannst du ja mal ins forum schreiben wie sieht es denn aus mit kryo kammern für große schiffe vielleicht interessant weißt du was auch lustig ist wenn ich auf die kappe drücke dann geht mein normaler speed runter weißt du was auch interessant wäre anstatt für inaktive spieler die schickste auf einem battleship einfach in eine kryo kammer die haben kein bett sondern eine kryo kammer ja auch ne idee ich bin wieder auf alpha ich gehe jetzt alpha 0 bis 4 hast du schon was geschrieben mal vielleicht ja jetzt ist mein chat aus achso ne ich bin ne ich sehe immer noch nichts egal lass mal probieren wo bist du alpha alpha ja so warte ich flieg mal über alpha wo bist du äh ich gehe mal a10 dürfte ein großes sein ja alpha 10 mal gucken ob du da meine gladiator siehst oh es ruckelt verdächtig haha also die atmosphärische beleuchtung die ich jetzt bisher gesehen habe und die ist ja noch nicht fertig finde ich schon mal sehr geil ja auf jeden fall auch die computer und bisher dieses touch system mit was mit f aktivierst ja aber das wird doch echt dauert das echt alles zu lange muss ich sagen man müsste das über API kommst du gerade raus gewatschelt ganz wie möglich ja ja ich sehe doch da einen piloten drin sitzen ja hallo guten tag joo nicht schlecht warte ich guck mal dass ich ja landerlaubnis bekomme warte mal kurz ich mach mal kurz hier wenn du mich siehst funktioniert das noch war nein unknown command was geht das salute nicht mehr über den chat sollte schon gehen wir müssen eins höher wir müssen auf A01 ach na gut na warte bleib da ich hole dir mal einen transporter ja oder so da muss ich ja fliegen ich habe die achse noch nicht eingestellt na du musst nicht fliegen ich kann auch fliegen ja dann fliegt oh die ringe verbrauchen ziemlich ressourcen ich sollte in eine andere richtung schauen wo ist echt was hast du für eine grafikkarte ne 980 hm ok ich sag ja das bringt das system schon ins schwitzen oder es liegt am arbeitsspeicher also eigentlich ist da 2000 grad nicht sehr grafiklastig grafiklastig ah ja stimmt cpu mehr ne ich bräuchte einen schicken i7 eigentlich das ist das problem ja so ein 8,7 wie ich habe aber hast du das mitbekommen mit der Sicherheitslücke naja also daher werde ich davon ausgehen dass innerhalb der nächsten maximal neun Monate eine neue Generation rauskommt die müssen das ja jetzt quick fixen erstmal naja und dann in den nächsten zwei Jahren kann ich mir vorstellen dass es mit der neuen Architektur ein anständige Prozessoren gibt preis-leistungsmäßig na das gibt es auf jeden Fall und dann sind wir ja sowieso alle gezwungen umzurüsten weil die alte Architektur ja nicht mehr verwendet werden darf sicherheitstechnisch oder einfach nicht mehr gekauft wird verwendet werden sollte oder wie siehst du das naja wäre schon logisch so ja ja oder also ich würde nicht mehr mit einem Gerät surfen mit einem alten cpu drin ganz ehrlich wenn auch die ganzen Handys die nicht die alten cpu drin haben werden anfälliger so ich bin auf A02 komm ist das Schiff ok kannst du mich nicht abholen ich muss erstmal hin watscheln ok das ist genau eine Plattform über dir glaube ich wenn du immer noch da stehst ja komm dann probiere ich da mal selber hin zu kommen also du musst wirklich nicht über eine Kante also nicht irgendwo dazwischen springen sondern versuchen wirklich ins Freie zu kommen damit du ja nicht irgendwie stecken bleiben kannst also mit viel Speed sozusagen über den größten Vollgas rausspringen ok 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 so wir haben Triebwerke wir haben Waffen Waffencheck vorne jawohl Waffencheck rechts läuft ich bin mal gespannt wann meine MIS rauskommt da habe ich ja dann noch größere Knarren dran welche MISC Freelancer MISC die Militärversion ah die Freelancer ah die Freelancer ah die Freelancer oh oh la la es wackelt aber kann es sein dass das linke Fahrwerk nicht auf dem Boden ist keine Ahnung ich bin drin bist du auch schon bist du jetzt auf A02 ja ich bin hinten dran warte ich mach mal das Türchen auf ja dankeschön hey ich sehe nichts weil es total brutal dunkel ist warte ich mache Licht oh ja schon besser wo geht denn hier was ist der Standardknopf auf Tee aber du hast keine Lampe dran an dem. Ah doch hast du was habe ich nicht warte jetzt muss ich mal gucken ob ich das Schiff hier noch extra anlocken muss gucken kann ich habe das doch die steuerung hat aber ich probiere mal nur mal reinsetzen gucken macht euch ja die möglichen spazierungen oder was rechts oder links links steuer ist pilot ist ja ganz nutzen ich sitze drinnen ja also lasse ich mal gucken joystick hier also wenn man mal gruppe ist brauchen wir das schiff nicht anlocken das ist schon mal gut f5 ist schnell staut machen wir mal f5 und gucke was passiert oder guck mal in deine einstellung das war mal ich muss doch hier alles hier auch theoretisch mit den dingern hier gehen wo sind die controls vielleicht mit der anknopf vielleicht ready ja alles klar und auf h ist schnell aussteigen also bist du aus dem maus im sitz wieder raus ja lass mich kurz meinen joystick hier irgendwo hin verfrachten ok wie war noch mal dings ausmachen dass ich flugsicht habe und nicht mit der maus um herrschau alter alt g was ich krieg das schon raus also ist aus dem sitz aussteigen alt g du hast doch diesen wenn du das erste mal einsteigst hast ja immer noch mit der maus ziel na du kannst ja diesen kleinen cursor ausstellen beim alten dass du nur das fadenkreuz hast weißt du ich mein was drückst du das erste mal wenn wir in arena commander gegangen sind jedes mal eigentlich nichts das war also ich habe wenn dann gemeldung eingeschaltet genau ach so das habe ich bei mir auf shift und y ich weiß nicht was die standard knöpfe gerade sind auf der berner egal machen wir einfach mal vielleicht ach so warte mal noch mal stopp gehen wir mal aus dem sitz raus macht der lampe aus wer nachher blendet das und hände siehst du mich schon blendet das oder was dich beim fliegen nachher wenn wir irgendwie ins dunkle fliegen oder soll ich fliegen wenn du magst ich glaube du bist eher eingeflogen als ich mache hier kannst du mal gucken ob du hinten im turm kannst du kommst ja ich will ein der computer auschecken wenn das wirklich okay ist oder brauchst du die fans so was wollen wir denn mal sehen hast willst du dir mal die neue station angucken warte mal was muss ich denn machen damit ich nicht auf port ollie starte in einer anderen station ausmachen das spiel ok gut dann hat sich das erledigt dann auf nach schlowski und danach vielleicht was war hinter jela grimmhex grimmhex wir müssen ja auch auf einem planeten landen auf einem mond auf allen drei oh jetzt wackelt es hier gerade ein bisschen hart durcheinander bei mir das spiel sieht gerade irgendwie aus als würde es komplett durchdrehen was machst du gerade ich mach grad quantum travel nach lefs gehen aber den macht er bei mir glaube ich gerade nicht also du sitzt noch neben mir ja es bewegt sich auch aber es ah da könnte ah da kommt ein planet rangeruckelt oh gott star citizen was hat die gedauert der quantum travel lief doch auch so flüssig damals siehst du hier rechts diese orangenen punkte um planeten drumrum orangenen punkte on5 zum beispiel rechts nee ich hab keine anzeige auf jeden fall hast du jetzt um so planeten hast du jetzt so ähm so quick jump punkte damit du nicht manuell um die planeten drumrum fliegen musst weil das dauert nur ein paar stunden ja 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 wir haben glück wir haben sogar tagiert ja stimmt da kann man da ist auch gleich der große krater hat er nicht gesagt der große krater hier ist größer als die komplette map von skyrim ich glaube das war irgendwie sowas das habe ich nicht mitbekommen so dann kannst du nämlich nachher gleich mal flugerlaubnis anfordern drückst du wieder f1 und dann nachher auf diese zwei männchen symbol ach ja mobi glas und alles dies das sieht schon alles ganz schick aus muss ich sagen ja guck mal jetzt nach links also du müsstest jetzt so einen großen weißen ball sehen bei mir im interface wo ist denn mein interface da scheiße wir sind noch auf der falschen seite vom planeten ich sehe keinen weißen nehm ich hab schon weggesumt wo 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 gleich macht's ploing boah digga was hast du denn was tust du ja ich hab verpasste bremsen vorher aber zum glück passiert hier nicht hätte mir doch nicht so eine schwere karre für den anfang nehmen sollen ne 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 ist schon gut Habe ich eigentlich auch Außenansicht? Also könnte ich das Schiff jetzt auch von außen anschauen? Wir müssen mal F4 drücken. F4. Ja, genau. Du hast voll die Macke links reingemacht. Echt? Ja, brutal. Oh, da fehlt ein Stück Flügel. Da fehlt ein ganzer Flügel. Ja, das ist nur Täuschung. Ein bisschen Spucke und Panzertape, ne? Oh. Doch, schick. Haben wir hier sowas wie eine Atmosphäre, weil ich es hier pfeifen höre? Nee, hier nicht. Dann sollte es auch hier nicht pfeifen, oder? Ja. Oder halt eine ganz dünne. Oder das. Mach mal ein bisschen Moind-Besichtigung. Ja, gerne. Ich könnte ja auch eigentlich derweil jetzt im Schiff rumlaufen, oder? Ja, das kannst du machen. Ja, funktioniert das? Sicher. Das werde ich mal ausprobieren. So, was sind das hier hinten für Sitze? Was kann ich hier hinten machen? Keine Ahnung. Das saß ich noch nie. Ja, dann probieren wir das. Power on. Okay, Systeme. Warum lag das jetzt so? Freue ich mich auch gerade. Wahrscheinlich, weil ich mich hier hinten reingesetzt habe. Hinten rechts ist die Energieversorgung. Hier kann ich auch Stealth oder ich könnte dir einfach die Power wegnehmen jetzt. Ach nö, lass mal. Ich lass den Stuhl mal an. Ach so, wenn ich verlasse den Stuhl, dann schaltet er sich ab, oder? Ja. Ist klar. Power on. Hier hinten habe ich dasselbe. Okay. Warte. Schieß nochmal. Schieß nochmal. Warum kannst du noch schießen? Ich habe die Energie auf Null gesetzt. Weil das ballistische Waffen sind. Warte mal, unten war Triebwerke, oben ist Energie und Systeme, ne? Wie unten oben? Wenn gleich die Triebwerke ausfallen, sag Bescheid. Noch sind sie an. Also wir haben genug Power scheinbar. Okay. Okay, okay. Hier noch 60.000 Kilometer. Tatsächlich, man kann sich hier auch in die Betten legen und bla bla bla. Könnte ich mich auch jetzt hier reinlegen und ausloggen und wieder starten in einem fremden Schiff? Ja. Ja? Also in dem Schiff könnte ich wieder starten, wenn ich wollte? Ach krass. Was ist denn das hier? Naja, Open Air Lock ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, oder? Ach egal, passiert nichts. Geht nur die Tür auf. Also irgendwie spinnt mein Display ein bisschen, wenn ich jetzt hier vorne zu dir gehe. Wieso? Du hast ja unten auf deinem Hat ganz normal die Karte, ne? Wenn du dich in der Ego-Perspektive rumbewegst, ne? Ja. Und wenn ich jetzt ranlaufe, ist die hell umrandet mit einem Kreis. Ja, das musst du wegzoomen. Da hast du unten noch so einen Schieberegler. Da musst du das aus dem System rauszoomen. Weil das so ein bekannter Bug. Okay, okay. Außer wenn ich auch immer auf der Karte benutze. Also wenn du so 3D-Interface hast hier in den Raumschiffen, dann hast du immer so mega weißen Ball. Weil das halt direkt am Planeten ran gesumt ist, warum auch immer. Ja. Oh ja, der Schatten von dem Asteroiden. Hast du dir hier mal das Menü angeschaut? Hier inzwischen drin. Hier steht drin, äh, Government Documents. Arc Corp. Hast du das geladen? Ist das deine Fracht? General Doc Items. Frozen Food. Zero Point Modules. Wo? Weapons, guck mal hierher. Oder stell die Karre mal ab. Ich zeig sie dann später. Weißt du, was da auch drin steht? Pläne für den Todesstern. Death Star Plans. Hier, unten links. 4. Geh da mal mit F ran und zoom da dran. Death Star Plans. Okay. Warte, ich guck mal nicht, dass wir hier wieder irgendwo vor der Wand fliegen. Easter Egg Found. Hier, die ganzen Systeme kann man ranzoomen und sich anschauen. Oh, nee, die sind zu vielwechselt. Schade. Warum habe ich die Freelancer größer in Erinnerung? Eigentlich nicht. Was war denn das größere? Das andere Cargo, was du hast? Die Starfire. Ah, ja, die war größer. Die ist viel größer. So, Levski in Sichtweite. Setze ich mir hier nochmal ein. Das heißt, warte mal, Power On. Wo ist hier meine Power? Ja, Power, du musst nichts Power On machen. Habe ich hier keine Menüs, die ich benutzen kann? Doch. Da, Power On. So, du hast gesagt, ich könnte die Landererlaubnis anfordern. Ja, aber noch nicht. Aber wo? Du kannst mal probieren, ob schon was aufpappt. Ah, Coms. Coms. No contacts available. Ja, müssen wir noch warten. Sind wir noch zu weit weg. Sorry, wenn ich refreshen kann. Da guckt er die ganzen Termine. Ja, jetzt habe ich ihn. Und dann QT oder hier uncallen erstmal? Egal, einfach einrufen. Eski Landing Control. Ach, wie cool. Ja, so will ich das haben mit einem Spiel, Alter. Hier guckt er mal die Anlage an. Ach, ja. Auch schick. Ploppen wir dir auch Texturen auf? Bei mir ist alles geladen. Okay, okay. Sollen wir mal gucken, wo wir Parkwärts haben? Ach, Mensch, ey. Wenn das läuft, das wird ein Traum, ne? Ich habe mir ja das Pre-Alpha Squadron 42 Footage gegeben. Oh, ja. Und ich habe nach 50 Minuten gesagt, nein, ich schaue es nicht weiter an. Ich spoile mich nicht, selbst ist es zu gut. Hat genau fünf Tage gedauert und dann habe ich es angeschaut. Ich muss sagen, man sieht noch, dass es auf der alten Engine ist. Weil die Explosion und so von den Raumschiffen, das sieht nicht aus wie jetzt. Das, was sie da gezeigt haben. Er sagt jetzt nichts Falsches im Internet, ne? Das ist so. Wenn man sich das genau anschaut, ist das alles noch auf der alten Engine. Also von Effekten her auf jeden Fall. Dann landet man halt mal neuer, irgendwie. Also du hast Landebestätigung bekommen, ja? Okay, guck, jetzt geht der Hangar zu. Oh, ich habe mich aufgehangen, sehe ich gerade. Doch, das war too much. Na ja, jetzt bist du vielleicht auf der Station. Achso, wie logge ich mich jetzt? Ach nee, ausloggen geht jetzt gar nicht, das kann ich vergessen. Ja, der kommt nie wieder, da brauche ich jetzt auch nicht lange rummachen, glaube ich. Dann gehe ich mir mal schnell ne Mischung holen. Und gucken mal, ob du jetzt auf Lesky wach wirst. Ja. Achso, ich habe ja alles hier. Ich habe ja vorgebracht. So, Beam Cola. Prost, ihr meint da. Ich gönne dir. Prost. Kennst du einen Babo Bus? Ne, Mann. Musstet ihr, man muss noch einmal gucken von 1Live, da sind ja so die ganzen Gangster Rapper und die haben da so eine Parodie laufen, das ist total geil gemacht. Okay. Dann glaube ich so 15 oder 20 Videos, das da haben wir, das ist kaputt. Also sind alle möglichen dabei, aus Deutschland, alle deutschen Rapper. Ja. Oder schick es mir mal, oder stell es mir mal auf den Discord. Na, warte. So, jetzt bist du schon mal ausgelockt. Das habe ich gesehen, du hast mein Schiff verlassen. Ja, ich wollte gerade eben neu starten und da hat er mir gesagt, funktioniert nicht mehr. Hoffentlich bist du jetzt hier und nicht wieder auf Olisar. Ach, ich bleibe mal sitzen, vielleicht muss ich jetzt zurückgehen. Weil ich den Quantum Drive überhaupt nicht habe. Am Ende fehlen mir die Dateien von Levski oder sowas. Weil er mir ja auch sagt, PAK 4 ist nicht vorhanden. Okay. Weißt du, wie ich meine? Soll ich dir PAK 4 rüberschieben? Ja, schick mir mal PAK 4. So, dann machen wir schon mal Startfreigabe. Da sind nur noch 14 Leute bei dir auf dem Server, das ist schon schön. Da soll man die Tür oben aufmachen. Das ist so geil, wenn hier die Hangartüren aufgehen. Das sieht so fett aus. Und wenn da nachher so der Mond rein scheint, alter Schwede. Ich war schon mal startbereit. Weißt du, was ich noch nie gemacht habe? Doch, einmal bin ich mit der Nox geflogen. Na? Aber so mit dem Bodenfahrzeug auf dem Planeten rumheizen habe ich auch noch nicht gemacht. Oh, dann lass doch... Du hast doch eine Conny, oder? Naja. Naja, sagt er da halt mal. Naja, der hat keine Conny. Naja, der hat keine Conny. Ich bitte dich. Ähm... Ja, dann pack mal doch mal hier deinen Rover in die Conny. Ja. Geh mal hin. Ähm... Sag mal erstmal, wo du bist. I don't know. Ich bin im... Der Leg Zone. Bist du Oliver oder Levski? Woran erkenne ich das? Ich bin noch nicht einmal aus dem Bett raus, hatte sich aufgehängt. Warte mal. Task Manager, Bill End. Bug Citizen, Alter. Ja, warte ich schon. Ich glaube, ich muss die eine App erstmal öffnen, dass er hier meine Grafikkarte und die CPU übertaktet. Du musst überhaupt nichts übertakten. Wenn dann CPU... Es läuft die ganze Zeit. Ja, CPU und Grafikkarte. Von MSI direkt zu einer App halt. Ich mach das vielleicht mal aus. Weil solche Programme, die verursachen auch viele Probleme. Ich muss zum Beispiel TeamViewer ausmachen, sonst hab ich ein schwarzes Bild im Spiel. Dicker, 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 dicker von MSI direkt. Ja, Star Citizen, Bug halt. Die haben mit allen Probleme. Alles ausmachen. Ja, Max Rechter. Du musst mal die Formen durchlesen, was da für Probleme mit manchen Programmen sind. Cool, das blaue Feuer sieht schon schick aus. Ich hab schon überlegt, wie ich mir so eine Freelancer-Max hole, aber später im Spiel. Ja, mit 3.1, oder? Oder geht's jetzt schon? Ne, jetzt kannst du noch keine kaufen. Nicht? Mhm. Dann hat er sich aber einmal versprochen. Wieso? Weil ich glaube, einmal hat er gemeint, es würde in 3.0 kommen. Na, die wollten's ganz am Anfang machen, ja. Aber dann war ja so viel kaputt und ging nicht. So, der wievielte Versuch ist das jetzt? Keine Ahnung. Klappe die achte? Mhm, mindestens. So, und wieder hängen geblieben. Oh mein. Warte mal, wir machen das mal anders. Ich stell mal die Einstellung runter. Hast du im Kopf was, ähm, 16 zu 9 Auflösungen sind? 16 zu 9? Ja. Ich brauch irgendwas mit 1280 mal. 980? Ich hab dich grad nicht. 1020, 1080, 2048, 1125, 1440 mal 900, aber das hat nix mit der Auflösung zu tun, glaub mir. Okay. Weil ich spiel auf Ultraweit. Wie haben sie das gesagt, der lädt momentan alles und lädt erst das, was geladen werden muss im Spiel und danach rechnet er den Rest weiter? Ja, irgendwie sowas. Wenn irgendeiner ein Schiff spawnt, rechnet dein PC erstmal das, bevor er den Rest rechnet? So in der Richtung hat sich's angehört. Auf jeden Fall mächtig. Falsch. 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 Nein, es ist... Es geht nicht mehr. Hast du noch eine andere Festplatte in deinem Rechner? Ja. Na gut, wenn es keine SSD ist... Nein. Das ist eine gute alte rotierende. Hm. Magic, Magic. Ja, ich installier den Scheiß nochmal komplett neu. Was heißt denn Scheiß? Ja, das ist doch schon Scheiß. Dass es bei so vielen Leuten Probleme bereitet. Alfa. Ich hab Verständnis. Es ist ein Riesenprojekt. Aber das Schlimme ist ja, es war ja vorher besser. Ja, das ärgert mich ja auch. Also mit einem PTU-Patch. Wenn du mir das natürlich auch sagst, bin ich natürlich auch neidisch, dass du PTU gespielt hast. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hab's ja, äh, auf YouTube verfügbar, das Material. Ich könnte es mir ja anschauen. No. Na, wir können ja mal... Ah, das doof. Alleine spielen ist doof. Aber wir können ja mal, mal so ein Landfahrzeug-Tour machen. Aber hey, ich bin aus Port Olisar rausgekommen. Das war ja, das war ja schon mal was. Das weiß ich gar nicht. Gibt's hier auf Levski, äh, auf der immer irgendeine Station, wo ich Landfahrzeuge holen kann? Be good. Be good, yes sir. Ah, wenn nicht, dann springen wir halt woanders hin. Auch egal. Ah, gehen wir mal Daymar, da gibt's auf jeden Fall so ne Station. Und jetzt was auch lustig ist, du kannst durch Planeten durch Quantumsprung machen. Durch Planeten durch. Ah, jetzt gerade nicht. Warte mal, da ist irgendwas anderes im Weg noch. Also wenn nichts weiter im Weg ist, außer der eine Planet, dann funktioniert's meistens. Krass. Ist ja logisch. Ja, wer weiß, wie dieser Quantumsprung funktioniert, ne? Wäre schon heftig. Ah, ich weiß, der Dings, der ist im Weg. Der Planet, äh, Daymar selber ist gerade im Weg. Wollen wir mal, da muss ich ja mal rausspringen. Wo sind wir, der nächste Sprungpunkt? Wollen wir mal OM-1? Wollen wir mal OM-1? So, probieren wir jetzt mal. Ah, jetzt bin ich natürlich auf dem Fallchen. Und was ich mitgekriegt habe, wenn ich auf Quail Astro lande und reparieren will und dann nach Olisor fliegen, dann zerschieß ich mir immer das Spiel. Ja. Ja. Also wenn ich da gerade mit einer vollgepackten Kiste lande und dann das abgeben will, puft kaputt. Also da ist dann die ganze Ladung alles weg. Also da ist dann die ganze Ladung alles weg. Also haben wir jetzt hier einen direkten Pfad. Ach ne, ich wollte doch woanders hin. Wir wollten doch auf eine Planetin. Ein Daymar. Oh. Hey, bin ich blind. Ich muss die Daymar anzeigen. Ich muss die Daymar. Und ich muss sagen, es ist unglaublich schwer geworden, also nicht unglaublich, aber es ist viel schwerer geworden jetzt Weltraumkampf gegen Gegner. Du siehst sie viel schlechter. Wieso? Und das Fadenkreu, also diese Zielerkennung ist auch nicht so gut. Der Garant, der da immer drum rum die Feinde ist, der ist jetzt viel zu groß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es damals schon im Spiel scheiße nach der Zielanzeige zu schießen. Und habe mich eh mehr auf mein Gefühl verlassen. Ja, aber jetzt ist es noch, also jetzt musst du noch mehr gucken. Ja. Es ist noch schwieriger geworden, auf jeden Fall. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier? An den Emergency Shelter? Nein. Das sollte gehen. Aber was ist denn hier mit dem Cooldown? Mensch. So eine Meere hier. Naja, hat tatsächlich nichts mit der Auflösung zu tun. Naja, hat's auch nicht. Direkt wieder abgestürzt. Vorher ging's. Oder ich starte jetzt auf, tatsächlich auf Dings. Vielleicht liegt das auch wirklich an dem Laufwerk, an dem M2. Ah, das wäre doch krank. Also in den... Weil es hat ja vorher auch funktioniert. Okay. Oder ist hier ein Bug bekannt, dass das... Ich weiß es jetzt gar nicht richtig. ...an den SSDs ab und zu hakt. Also SSD selber, also auf meiner Samsung, der Pro läuft. Ja, ich muss das mal neu installieren, wenn der mir da... Der schmeißt mir ja zweimal eine Fehlermeldung aus. Warte, ich zeig's dir. Dann musst du vielleicht mal im Forum gucken, ob's da schon ein Workaround gibt. In dem Issue-Conceal. Ja, da hab ich irgendwann am vierten ersten Mal reingeschaut und da hat keiner drunter geschrieben. Haben sie nur gesagt, neu installieren und nochmal versuchen. Und da hat einer drunter geschrieben, ja was, wenn da steht, mach Verify und ich mach Verify und er macht nix. Was soll die Kacke? Ja, verstehe. Aber du könntest jetzt mal noch den App-Ordner löschen, damit er die Daten nochmal neu anzieht. Zieht er dann vom Launcher? Ja, ja. Ja komm, dann machen wir das nochmal. Exit... Ach na, jetzt... Wo, wie, was? Dann gehst du... Oder drückst du Windows-Knopf, machst Prozent, App-Data, Prozent. Warte. Ja. Und dann müsstest du drei Ordner sehen, Local... RSI Launcher. Ja genau, und... Gehen wir da rein, was ist da drinnen für Ordner? Cage, GPU Cage, Local Storage, Update, LD, Cookies, Cookies Journal, Log File, Log... Ja, flöscht das mal alles raus. Und dann startet er den Launcher nochmal neu. Okay. Du musst wahrscheinlich den Launcher erst ausmachen, weil das wird gesperrt sein. Und dann dürfte, denke ich mal, wiederholen. Ach ja, doch. Tatsächlich. Was ist denn Launcher? Ja. 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 Wie heißt die? Warte mal. Data. Punkt. P4K. 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 Ja. 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 Die ist defekt. Ja, geil. ja die brauchst mir auch nirgendwo hochladen oder oder macht das sinn ich glaube auf meinem google drive sollte ich genug speicher haben dann laden wir die halt mal hoch 40 gb schieb mal die mal kurz hier rüber fünf stunden ja kommt es hat das übernacht noch mal runter hier haben wir schade brauchen wir glaube ich nicht hochladen jetzt also jetzt noch mal neu installieren ja werde ich machen wie mache ich das am besten dass das sauber von der platte runter ist also normal deinstallieren und dann machst du auch die app data bereinigung wo du gerade drin musst nehmen und am besten noch mit dem cc cleaner hinterher damit doch nichts hat cc cleaner ich mache nichts mit cc cleaner aber dann gehst du in der registry und suchst was da sind du haust dort alles raus was du findest atmosphäre eintritt sieht immer so geil aus putzel putzel das ist gleich im stream und 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 ich denke wie über 6.000 KB ist. Die haben auch meine ganzen Videos gestaltet, der Schwede. Sind die nicht größenkonform oder was? Also wenn du Livestreamst als normaler User, dann kannst du nicht über 6.000 KB da hochladen. Aber kannst dir mal die anderen Dinge aufgucken. Also YouTube läuft auf jeden Fall. Achso, der bricht einfach ab, weil die komplette Datei zu groß ist oder was? Naja, weil der Input zu viele Daten Input ist. Pro Sekunde sozusagen. So, parken wir die Kiste mal ein. Kann ich hier irgendwelche... Ah, hier habe ich keine Landeplattform. Ach der Ärger. Hm, wo kriege ich jetzt eine Landeplattform her? Dann müssen wir nochmal woanders hinspringen. Ja. Kannst du da jetzt nicht einfach lang? Doch, aber du kannst da keine Schütten sparen. Ja, ja. In dem Punkt. Ja. Ist es wichtig in welcher Gradzahl du springst? Nö. Okay. Weil du gerade so schön auf 45 Grad gegangen bist. Ja, nö. Ich bin einfach nur Richtung zu dem Sprungpunkt und dann gib ihm. Was ist das nö. Irgendwo war das. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder nein, bei Schubing Mining Factory, da sollte es auf jeden Fall funktionieren. Das sind 400.000 Kilometer, das sind 700.000 Kilometer und das sieht besser aus. Hast du das Stream Ziel jetzt schon erreicht oder legst jetzt nochmal 32, das Ziel, was du unten angegeben hast, 32 Gigabyte rein? Oder kommen die noch drauf? Die kommen noch drauf. Ja, ist auch sinnvoll. Das ist ja ein kleiner grüner Anfangsbalken. Ja. Jetzt bist du bei mir aus der Party raus. Doch, schon? Ja. Jetzt, schon. Verdammt, wo wollte ich denn hin? Irgendwo habe ich mich gerade verflogen. Ja, jetzt sehe ich es tatsächlich. Ach krass, ich habe auch nur 5 Sekunden Verzögerung oder so auf YouTube. Also gar nicht mal so viel. Naja, das war schonmal schlimmer auf jeden Fall. Das war schlimmer, ja. Ein Kudroor wollte ich doch. Wieso bin ich denn jetzt 700.000 weg? Ne, ich wollte Mining, Schubing Mining Facility haben. Gucken wir mal, ob wir da was gespawnt kriegen. Hier hast du auch Atmosphäreneffekte? Ja, hier hast du richtig Atmosphäreneintritt. Das musst du gleich mal zeigen. Ja. Und jetzt? Wichtig, in welchem Winkel du runter gehst? Nö, man kann leider noch nicht verglühen, auch ohne Schilder. Habe ich schon probiert. Ah, schade. Ah ne, stimmt, geht ja gar nicht, weil es nur ohne ist. Naja, aber du hast ja eine Atmosphäre hier. Ja. Ja, aber die haben gesagt, von der Engine ist es so gemacht, dass alle drei Monde eine so dünne Atmosphäre haben, dass du derzeit nicht verglühen kannst. Ja. Also auch im späteren Spiel wohl nicht. Im Gegensatz zu Crusader und sonstigem. Naja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie du das erste Mal eine Caterpillar auf einem Planeten mit einer Megaanziehungskraft landest. Oh ja. Ich glaube, da musst du wirklich die Kiste mit dem Arsch zum Planeten schicken und dann voll gebeam. Voll gebeam. Ja. Ich glaube, da musst du echt eine große Schleife fliegen. Ja, oder das, ja. Aber das würde mich auch interessieren, das war Caterpillar, ne? Ich habe mal versucht, mit der Starfarer hier an so einem kleinen Landeplatz zu landen. Das ist so unglaublich umständlich. Das Ding, das hat einen Wendekreis wie ein LKW. Ja. Wie so ein Roadtrain aus Australien, Alter. Das ist Wahnsinn. Da habe ich locker zehn Minuten gebraucht, bis ich die Kiste ausgerichtet habe. Ja. Also die ist echt nicht für so eine Planetenlandung geeignet. Könntest du jetzt die Freelancer, also wenn die jetzt nach der Atmosphäre, nach dem Brennen, ganz rumreißen und mit dem Arsch zuerst und dann voll gebeam? Ja. Ja, dann probieren wir das, will ich mal sehen. Das Manöver. Na ja, aber da kann, wenn ich das von außen mache, da sehe ich nicht, wohin fliege. Ach, du landest auf der dunklen Seite oder was? Na ja, gerade schon. Mal gucken. Ja, das ist gut, das ist nicht so gut. Was halt noch ein bisschen doof ist, du hast wirklich manchmal, so wie jetzt, noch so lange Anflugswege manuell, wo du nicht dran boosten kannst. Mhm. Aber gut, ich glaube im späteren Spiel werde ich das ganz entspannt finden. Also ich habe nichts gegen einen langen Flug, ich habe auch nichts dagegen, dass ich viel zu tun habe währenddessen. Ich meine, auch wenn wir beide unterwegs sind und wir sind jetzt nicht auf einem Ein-Personen-Schiff drauf, kann ja der eine die Route planen und der andere die Scheiße reparieren oder was auch immer. Ja, ich weiß genau wie es sein wird. Du wirst fliegen und die Route planen und ich darf das reparieren, was du bei der Landung kaputt machst. So wird es sein, ich werde dein All-Time-Mechaniker. Nein, nicht mehr schießen. Böden. Sag das nicht so, sonst gilt das wieder als böses Ballerspiel, das ist es nicht. Nervoll. Nervoll. Wenn man will, ist das schon ein böses Ballerspiel. Nervoll. Wenn man will, ist das schon ein böses Ballerspiel. Genau das solltest du nicht sagen. Nervoll. Und verstumpft die Jugend und so weiter. Ja. Star Citizen ist schuld. Oh ja. Ja. Dass wir beim Pisa-Testner der Erste sind. Hier, Atmosphäre. Das wird aber jetzt perfekt sein. Ah ja. Jetzt hatte ich doch so 10, 15 Sekunden. Boah. Ein Feuerwerk. Schick. Ja, auf jeden Fall. Schick. Doch, schick. Ja, die Freelancer hat auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Widerstand. Nackmann, ja. Ja. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Und was für ein Schiff. Der Animaturn ist dieselbe. Echt? Mhm. Sollte aber doch später nicht mehr sein, ne? Später, ja. Wenn es dann abhängig von der Form ist, das finde ich schon ziemlich cool. Ja. Vor allem muss man überlegen, bei manchen Schiffen, da würde es ja erstmal sämtliche Waffen wegschmelzen, wenn die so weit außen sind. Ja. Ja. Ja, oder du sagst einfach ja, mit den Schiffen kannst du nicht überall landen. Ja. Oder du machst vorher die Waffen runter. Das ist ja jetzt schon. Mit der Starfarer, ähm, ja doch, die Starfarer, die kannst du nur beladen auf, ähm, Lefsky. Ja. Das ist der einzige, äh, Lefsky und Port Olisar. Die einzigen, äh, äh, Punkte, wo du halt Fracht laden kannst und wo du sie auch spornen kannst. Ja gut, ich meine, auf der einen Seite wird es später genügend Punkte geben, an denen man das machen kann. Ja. Und auf der anderen Seite fände ich es blöd, wenn ich jetzt für ein kleines Schiff an irgendeiner Station beim Management machen kann und handeln kann und sonst irgendwas mit einer Starfarer, aber nicht. Ja. Ja. Das fände ich nicht so cool, wenn sie das so machen. Naja, ist aber so, weil das ist halt nur ein riesen Pott, da brauchst du auch Platz dazu. Ja, ist klar, aber in Theorie könntest du das, oder könnte man das Zeug jetzt an der Station, das Schiff draußen, Zero-G lassen, einer springt in den Cargo und schippert das rüber oder so. Na, das geht schon. Ja, dann ist es eigentlich schon wieder okay. Manuell von da halt, huhuh, viel Spaß. Ja gut, aber das wird ja später mit der HALSI Alltag, oder? Nach dem Ding wirst du dann keine kleine Station antoppen. Wie meinst du? Oder musst du halt mit Traktorstrahl das Zeug von einem Schiff zum anderen bewegen. Ich dachte, diese kleinen Argo-Dinger könnten Container bewegen. Das können sie auch, ja. Ja, dann wirst du halt damit einfach die HALSI beladen, entladen. Schauen wir mal, was sie sich da denken. Jetzt hoffe ich mal, dass hier so ein Punkt ist. Manchmal erwische ich einen einfach durch Zufall. Ich merke noch nie, wann und wo. Du kannst ja mal gucken, wo... Äh, wo man Dings spawnen kann. Was? Äh, Landfahrzeuge. Landfahrzeuge, ja. Ja. Dann geh ich auf die NAV-Map, oder was? Wann ist das oder so? Oder mal auf Google gucken. Ich hab jetzt echt nicht im Kopf. Ähm... Wie heißt das auf Englisch? Fahrzeuge? Wie heißt das im Spiel? Na, Brown Vehicles. Dankeschön. Hier sind Leute. Soll ich mal schießen? Habe ich auch, glaube ich, ziemlich am Anfang gemacht. Da habe ich mir die Railgun geholt, bin irgendwo gelandet. So zwei Kilometer, oder einen Kilometer weg. Und dann habe ich ein paar Leute, ein paar Schiffe zerschossen. Also, du kannst locker rechnen, so ein Magazin von der Railgun, bis so ein Schiff platzt, das so rumsteht. Okay. Entschuldigung. Hier sind vier Raumschiffe. Mal gucken, was die machen. Äh, ich hab hier ein 30-minütiges Video, wo man spawnen kann in Schubin. Wow, 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 wow. Wie fast... Ah, hier. Jackpot. Ja, haben wir's doch schon. Hast schon. Ah, jetzt ist hier waffenfreie Zone. Da war gerade ein Berg im Weg, oder? Ja, habe ich gerade noch erkannt. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Gerade noch erkannt, das Ding. Ja. 17 FPS. Ja. 19 Grad. Ja, 19, 20, gerade eben, waren es 17. Oh, was ist mit meinem Schiff passiert? Das hat mir so eine komische Oberfläche gerade, innen drin. Ah, das haben wir ja Schatten-Effekt, okay. Ja, das sieht voll komisch aus. Ja, das sieht voll komisch aus. Ja, so camouflage-mäßig, ne? Oder schmutzig. Wieso habe ich ja Einschusslöcher? Was hast du mit meinem Schiff gemacht? Wie? Ich habe gar nichts gemacht. Du hast den Bock vorhin irgendwo runtergebracht. Auf den Boden gedotzt. Was ist denn da? Oder... Oh, ne, da sind halt wirklich Einschusslöcher. Was? Das sieht aus wie mit dem Hammer reingekloppt. Mit der Spitze. Oder ich habe vorhin irgendwelche Tasten gedrückt und habe auswärts sehen geschossen. Das wäre natürlich hart. Und so, wo ist denn jetzt hier das Ding zum Landfahrzeuge spawnen? Oh, ich glaube da. Oder? Oder war das da hinten die Plattform? Hier sind Leute. Ich kann die ja gar nicht erschießen gerade. Ah, ne, da hinten das Kleine. Genau. Oh, hier ist ein Ozai Rover. Wollen wir mal. Ich hole mir auch mal einen Ozai Rover. Oh, hier ist noch ein da. Wie heißt der? Was ist denn? Dragonfly. Genau. Hier haben wir mal so einen Ozai Rover. Den bin ich auch noch nie gefahren. Was lustig ist wieder, wenn du in der Außenansicht bist, dann hat die ganze Ausdauer überhaupt keinen Effekt. Da kannst du da unendlich laufen. Echt? Ja. Wie broke. Aber der Sturm und so, das sah ja auch schon ganz gut aus. Ja, auf jeden Fall. Und noch lange nicht fertig, ne? Wenn man das eine Video gesehen hat, hast du diesen Schneesturm noch vor Augen. Wo man nicht weiter sehen konnte als eine Starfarer. Ja. Scheiße. Wollen wir deine Kiste hier weg, Junge? So, das erste Mal Ozai Rover. Erst mal angucken, dass sie rät. Achso, den habe ich mir auch mal gekauft. Ja. Sieht schön schick aus, muss ich sagen. Oh. Der droppt ja mal eben auf 14 FPS. 565 60 R 53 Reifen. Geht. Was? Was für Reifen? 565 60 R 53. Also 53er. 53 Zoll. Ja. Und wie viel 500er Schlappen? Ja, das läuft. Und hinten sind 755. Ja. Obwohl die aber genau gleich groß sind alle. Das sind 17 Zoll. Das sind 17 Zoll. Würde ich auch gerne auf meinem BMW fahren. Hahaha. Ja, wollen wir auch hier den laden? Also, ja, meine Bersetzer. Was willst du nicht? Zumachen. Ja, nehm. Es ist gut, dass du declarierst. Ja, mein Besuch ist. Ja, mein Besuch ist. Ja, mein Besuch ist. Zumachen. und dann können wir noch nichts drücken und schrank oder was ein bisschen waffen oder sowas rein tun er müsste eigentlich steuerung für das geschütz haben das geschütz ist rausgefahren ja ich bin nicht umstellen schade was haben wir ja noch warum ist deine sicht so komisch nicht die schwere rüstungen haben die eignet sich nicht so gut für co-pilot auf jeden fall dreh dich um woher hänge ich ja gerade ja dieser schulterpolster das ist nicht so praktisch oder ich hab's geschütze aufgemacht machten das geschütze lustiges du hast nicht lust auf noch ein anderes chris roberts spiel was denn freelancer in der discovery multiplayer mod alter der sind nachts um ein uhr noch 40 leute auf dem server das 18 jahre altes spiel das geschützt macht sich auf die selbst steuerung ich kann das wirklich nicht steuern das ist ja doch der hat halt nur was weiß ich so ziemlich beschissenen radstand einfach der rade einschlag ist schon gut muss aber doch mal nicht machen halt ja das wäre schlecht der hat keinen boost der hat keinen boost unter dem arsch der hat nur die reifen zu machen die ersten wettereffekte ploppen mir schon mal auf ich bin ja gespannt wenn es das erste mal das den schön gibt gibt es ja eine hupe naja keine natürlich schön den letzten tag färbeln also das wenden das ist im rande entgegen an der sache Ja, fahr mal ins Schwarze einfach und dann schauen wir mal in den Himmel. Ich würde dich gerne los für wissen. Oh ja, jetzt bleibe ich an unserer Alarmke hängen, oder was? Oh, ich lasse mich. Holla. Links einschlagen. Zurück. Ja, ja. Aber der Lenkeinschlag ist halt unendlich langsam. Wieder zurück. Jawohl. Harte Geburt. Anfrage. Anfrage an RSI. Können wir bitte eine Park-Einhilfe für den Kölzer-Mover haben? Siehst du da den einen Stern oder den einen Planeten, was man links sieht? Jetzt ziemlich mittig bei dir im Bild. Ja, ich glaube, da ist ganz schön Verzögerung. Oben im Himmel auf jeden Fall. Irgendein Himmelskörper. Ja. Sieht schon schick aus. Dann sieht das. Er wird schon einen Haufen Sterne angezeigt. Schon schick. Ja, auf jeden Fall. Die Milchstraßen-Effekte oder was auch immer. Ja. Schau dich mal so komplett Atmosphäre um. Ah, geht wahrscheinlich im Vehikel nicht so gut wie Ekel. Naja, ich komme nicht weiter hoch. Mit der Kamera. Das sieht auch nach dem Kohlennebel aus. Schade, dass ich die Schütze nicht benutzen kann. Ähm. Weißt du, was ich jetzt mache? Wo, in welchem System ist denn Hort-Aulizar-Crusader und so welcher? Welches Sternensystem ist denn das? Oh, ne? Stanton. Stanton. Ich hole mal so ein Hort-Aulizar-Crusader. Ich hole mal so einen Nox. Verdammt, Zeit. Du bist so zu Badern. Also mit einer Nox musst du verdammt aufpassen, dass du dich damit nicht ins Weltallkater kultierst, wenn du da in so einem Stein hängen bleibst. Ja. Das ist echt krass. Weil die haben ja da so ein System, was dich automatisch wieder aufrichten soll. Ja. Und wenn du da hängen bleibst, dann scheint sich das so zu multiplizieren, dass du da einfach nur noch weggeschneudert wirst. Das haben sie, glaube ich, auch irgendwann mal angesprochen, dass das System noch nicht fertig ist. Da fassen sie auch letztes Mal einen Bugsmaher drin. Scheiße. Aber ich denke, die werden das ganz cool hinbekommen, wenn die schon so eine Rover-Technologie unbedingt drüber bringen wollen. Und da mal einen Dragonflyer oder mit einer Nox irgendwo drüber fegen. Oder später durch ein Waldgebiet. Oh ja. Da werden... Also ich glaube, die bringen sogar noch irgendwann mal Schiffe raus. Also richtige Wasserfahrzeuge. Ja, hundertprozentig. Also ich meine, wenn jetzt so kleine Bikes, Rover, Panzer, Jeeps, Buggies... So was müssen sie... Also ich denke, dass sie so was rausbringen. Wahrscheinlich... Vielleicht auch als erstes von irgendwas... So Origin vielleicht. Weißt du, so eine dicke Yacht? So eine Origin-Yacht oder so? Ja. Irgend so was wird es auf jeden Fall geben, ja. So ein kleines RSI-Schlappboot oder so? Ja. Unser Kommando-Boot. Nee, du, 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 du. Irgendwie mag die Star-Map gerade bei mir nicht öffnen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nächste Woche kommt ja die neue Homepage. Ah, ich bin gespannt, ja. Ich fand die jetzige ja schon schick eigentlich, ne. Ja. Teilweise ein bisschen unübersichtlich, weil es viel ist einfach. Das müssen wir auch strukturieren. Also ein Kollege, der konnte sich keinen neuen Account machen. Der hat es so alleine nicht in niedrig. Oh, also... Das fand ich schon leicht, muss ich sagen. Okay. So, jetzt holen wir uns mal eine Nox. Aber ich meine, ich hatte dich auch am Ohr, ne. Ja. Also, du hast mir dann halt auch gesagt, da trägst du den Spielernamen ein, da trägst du den Namen ein, mit dem du dich einloggst. Aber das war bei uns auch ne Geschichte von 5 oder 10 Minuten. Naja, aber so alleine ist es schon ganz schön unübersichtlich irgendwie. Ja, weil man halt doch mehrere Nicknames hat. Cool, mein Rover steht da und meine Nox, okay. Könnte man eigentlich noch ne Constellation sparen und dann... das Ding... oder eine Starfarer und dann auch... oder wie soll der mit? Einparken. Oh, geil. Guck's dir an. So. Ja, so. Ja, so. Der Stil gefällt mir auch ganz gut von der Raumstation. So ein bisschen Rot-Akzent. Ja, ein bisschen Abwechslung halt, ne, wenn man Port Olisar grau gewöhnt ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Freut einen alles. Schick, schick das Gerät. Sieht richtig zornig aus. Ja, zeig mal her. Ja, Bombe. Ich finde auch vorne halt die Front und dieses aggressive Dreieck oder was das ist. Aber weißt du was, ich kann nicht einsteigen. So. Was? Oh, ne, hör doch nicht so was. Geh doch näher ran. Geh doch näher ran. Was war denn das? Hast du grad was gesagt? Ich sagte, geh mal näher ran. Ah. Nö. Nein. Sag nicht, die ist kaputt. Oh, hier hast du grad Tag. Echt? Schau mal Sonnenaufgang an. Die Sonne kommt. Ja, dann fahr halt mit dem Urza Rover in den Sonnenaufgang. In den Sonnenaufgang romantisch mit dem Rover heizen. Ja, den Mustang hast du ja nicht verfügbar wie in den alten Western. Ja. Aber ich hab noch einen Greycat Buggy. Obwohl, du könntest mit dem Mustang auch in den Sonnenaufgang fliegen. Aber so wäre ja nicht. Hast du eine? Ich glaube, ich hab eine. Wie soll die überarbeitet werden? Ich glaube, ich hab nochmal so ein Starterpaket noch geholt, so fünf Jahresding. Hier die, soll ja auch nochmal überarbeitet werden. Ja. Wird die größer? Kriegt die ein Bett? Ich glaube, sowas gehört gelesen zu haben. Kriegt ihr eine Cargo-Version? Oder Cargo-Module? Das gibt's, glaub ich, schon von Anfang an. Interessant. Interessant. Mh. 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 Oh, komm schon. Jetzt gib mir irgendwas. Ich will jetzt... Ah, jetzt hat es geschneid. Zwei Minuten, zwei. Warten wir mal. So lange können wir ja seinen Schein angucken. Oder uns ein größeres Schiff schon mal sparen. Oder das. Oder irgendwas anderes schickes. Was kannst du denn alles... Buggy kann man noch nicht fahren, ne? Doch. Ja? Zeig her. Ja. Wollte ich auch noch nicht sehen. Wo soll ich denn? Greg? Buggy? Da kannst du ja... Wenn du geschickt bist, kannst du da mit dem Port Aldi so rumhalten. Wenn du den durch die Gänge kriegst. Ja? Ja. Ja, klar krieg ich den durch die Gänge. Ja. Das probieren wir mal aus. So, Greg hat Baggy Buggy. Ne Treppe passt aber nicht hoch, oder? Guck. Ja? Hast du schon gesehen, das funktioniert. Geil. Wo sind die Gister? Hallo? Robo ist da? Aber kein Buggy. Wo ist mein Buggy? Da hinten ist er. 300 Meter weg. Willst du noch ein Schiff spawnen zum hinfliegen? Naja, der spawnt wirklich. Warte, ich kann ja mit dem Dings rüberfahren. Du nimmst jetzt ein Rover. Oder was? Jo. Was ist denn das? Man kann doch ein Ground Vehicle Spawn keine 300 Meter wegsetzen von dem Computer. Naja, die haben das halt auf der normalen Landeplattform gespawnt und auch immer. Ah, weil der andere besetzt ist, weil ein Rover draufsteht vielleicht. Naja, jetzt ob der nicht da reinpasst. Wir fahren mal runter, vielleicht blockiert er halt wirklich. Oh ja. Das ist schon ein Tag. Ah, das sieht aber schick aus hier, der Steilhang rechts. Ja. Ach Mensch, wenn das erstmal läuft bei mir halt. Ich sag dem. Der steht auf der größten Plattform hier, dieser kleine Kacken. Wie sieht das aus bei dir? Oder kaufst du dir Grund und Boden? Was mach ich? Kaufst du dir Grund und Boden? Weißt du was, Edison? Also im Spiel vielleicht. Ja. 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 Aber jetzt brauchen wir das ja überhaupt nicht. Wir haben ja gesagt, das ist ja so viel. Wenn alle sich das holen würden... Würden sie nicht mal einen Planeten vollkriegen. Genau. Nicht einen Planeten. Das ist schon heftig. Richtig. Und was irgendwie? 3,1 Milliarden Dollar würden sie damit verdienen, wenn alle es komplett aufkaufen? Ja, wirklich. Auf dem Buggy bin ich auch schon seit... Was ist das denn? Das ist doch kein Buggy, das ist ein Smart. Das ist das Golfmobil. Ja, ich wollte gerade sagen, Golfmobil, aber doch kein Buggy. Wo ist denn da der Schwerpunkt für einen Buggy? Also da will ich nochmal eine andere Buggy-Version sehen. Auf jeden Fall ein anderes Fahrzeug. Also es gibt ja andere Skins noch dazu. Aber die Form ist dieselbe. Sieht aus wie ein abgehackter Smart. Ja. Hey, damit kann man auf jeden Fall durch die Gänge heizen. Radstand gefällt mir nicht. Ich müsste viel breiter sein für einen Buggy. Hallo Extreme 99, was geht da? Hallo, guten Abend. Fliegt ihr auch öfter mal raus? Naja, wir versuchen überhaupt erstmal bei den Kollegen das Spiel zum Laufen zu kriegen. Dann machen wir das schon. Aber momentan ist das etwas Buggy Bug Citizen. Ich würde das nicht wissen. Leider. Leider. Bzw werde ich einfach neu installieren. Und eventuell klappt es ja dann einfach. Leider nicht geil. Manchmal. Was sind denn das hier? Irgendwelche Pflanzen? Was ist denn das hier für ein Grünzeug? Orangenes Zeug. Gibt auch nicht sehr gesund aus. Aber ich muss sagen, der fährt sich ganz gut. Ich warte ja auf das erste Fahrzeug, was so bockschnell sein soll, mit dem du Rennen fahren kannst. Ach hier, dieser Tumbral Rover. Ach, da sind ja auch schon Pflanzen. Ja. Oh, hier guck dir das mal an. Das sieht ja geil aus. Alter, schwer. So die Sicht über das Tal. Das habe ich bei mir noch nicht. Muss ich gleich mal warten. Ah, Leertaste, das Handbrennen. Oh ja. Oh ja. Wir brauchen noch irgendein Fahrzeug auf Rädern, was richtig Dampf gibt, meiner Meinung nach. Na, gibt's ja. Das müssen sie noch rausbringen. Was denn? Na, der Tumbral Racer. Gibt's ja diese Jeep, also allmöglichen Jeep Varianten und einmal Racing Version. Okay, bin ich gespannt. Dann werde ich den mal irgendwann fahren. Ich glaube nicht, dass er mir schnell genug ist. Also die Nox, die geht richtig ab, muss ich sagen. Oder man bräuchte sowas wie Pot Racer. Ja. Wenn du dich noch dran erinnerst. Ja. Sowas in die Richtung, in richtig abgefahren, in hinten einfach nur so eine Minikabine und... Was ist das größte Triebwerk, was dir einfällt? Von irgendeinem Schiff, was es in Star Citizen gibt. Ja. Ich werde dir einfach zwei davon an eine kleine Kabine gestalten. Ja. Auf jeden Fall. So, jetzt versuche ich mir mal, ein größeres Schiff zu spawnen und dann packen wir die da mal rein. Warte mal. Ja, aber ich fahr mal dahin, weil ich bin jetzt grad viel zu faul, wenn ich hier schon mal zwei Fahrzeuge hab. Ja. Willst du auch Star Citizen Extreme? 99. Minus. Ah, sehr schön. Ist auch schon infiziert. So. Ja. Bauen wir zur Tür hoch, wenns geht. Hihihi. Oh. Ja, wir können Treppe hochfahren. Ganz gemütlich. Ja, mit den Ladungsbugs, das ist ganz schön anstrengend auf jeden Fall zur Zeit. Da kann man ganz schnell die Lust verlieren, wenn du so dein ganzes Geld in deine Fracht steckst und auf einmal Puff, alles weg. Hätte ich auch schon mal. Ist mir auch schon passiert. Frustration. Ja. Jetzt hab ich meine 200.000, kann mir alles holen, was ich will und da ist es eigentlich egal. So, wo ist denn jetzt der Ship-Launcher? Nee, hier nicht. Kennst du noch das Spiel Freelancer? Ja. Extreme 99? Achso. Ja, mein er ist ein Zuschauer. Mal gucken, ob wir so eine Star-Famera parken können. Jo, kennt doch. Ja, nett. Gibt jetzt ne Mod, die spiel ich aktuell. Da sind jetzt nachts um die Uhrzeit auch noch so 20 bis 40 Leute online. Discovery Mod für Freelancer. Kostenlos, die geben dir auf der Seite auch nen Link fürs Spiel. Voll cool eigentlich. Hab ich auch letztens ein paar Transporte gemacht, ne. Hatte dann schön irgendwelche Alien-Artefakte da eingesammelt aus den äußersten Sektoren. Wollte die vertickern und dann bin ich irgendwo hängen geblieben. Nee. Verreckt. So bitter. Tröste das Spiel eigentlich noch was? Nee, ich glaub. Also erstens stellen sie dir direkt eine Seite zum Laden hin und zweitens allerhöchstens 5 Euro oder so. Oh. Wieso diese Sekunde? Namens Gasare. Ja. Freelancer ist auf jeden Fall nett. Da war ja auch Chris Roberts mit involviert gewesen. Kann man ja immer noch spielen im Gegensatz zu Star Citizen. Weil es ja 18 Jahre alt ist. Ja so, hallo erstmal. So, jetzt muss ich mal noch eine Station finden, wo ich was bauen kann. Das kann dann nur noch da drüben sein. Freelancer mit 60 FPS. Und mehr. Wenigstens was. Weißt du was du mal gucken kannst bei deinem Star Citizen? Hab dein V-Sync an. Freelancer bei Amazon. Kann das nochmal gucken. Warte mal kurz, lass mich mal kurz was gucken. Amazon Games. Für... Was? 21 Euro. Was? Krasse Nummer. Echt? Immer noch. Gebraucht. Interessant. Ja, das hat jetzt wieder Sammlerwert oder was? Du musst mal auf Steam gucken, das ist vielleicht billiger. Ja, schau mal. Ja, ja. Brich mal. Ja, aber Chris hier im Spiel, da kannst du mal gucken, ob dein V-Sync an ist. V-Sync? Ja. Wegen Zeigeoption oder Grafikeinstellung. Im Hauptmenü oder was, wenn ich es starte? Müsste sein, ja. Ja, schau ich gleich mal. Hä, bin ich blöd? Wieso kann ich mir keine Schiffe spawnen? Ne? Ähm, V-Sync mal ausmachen, extreme. Weil das unter Umständen Ressourcen frisst. Und unter Umständen dein Spiel langsamer macht, als es sein müsste. Ja. Und so den... Die Stabilisierung durch V-Sync hast du teilweise auch nicht besser, dass es die Ressourcen wert wäre. Da brauchst du so einen besseren Monitor dafür, damit sich das lohnt. Wieso kann ich ja keine Schiffe spawnen? Was ist denn das schon wieder? Was hab ich hier schon wieder verpasst? Geh ich halt mal in den anderen Terminal. Ne, ist gar kein Problem. Das ist Gassare in der Mod. Die ist schon gemoddet und hat eine Widescreen Auflösung verfügbar. Na gut, dann muss ich das mal probieren. Leggen, zock ich's auch. Also in, äh... In 4 zu 3 zocke ich nichts mehr. Okay. Ich kann ja mal kurz, wenn das für dich okay ist, Frank, äh... Die Webseite von der Mod einfach mal reinstellen. Mach mal. Freelancer Discovery. Was ist das? Kann ich nur empfehlen. Das ändert der Server. Ich kann kein Schiff mehr spawnen. Solltet ihr da drin Ausschau halten, solltet ihr euch darin tummeln, könntet ihr auf mich stoßen. Immer in den Randgebieten unterwegs. Gelöschter Link. Nein, ich kann nichts posten. Neee. Na, oder poste mal im Dispo-Ton. Einfach mal in Google folgendes eingeben. Und dann kann ich das kopieren. Ja, oder so. Das könnte ich noch anfangen. So. Wieso ist hier kein Terminator und Schiffe spawnen? Ich werd verrückt. Hast du nicht vorhin eins gehabt? Naja, aber nur für Landfahrzeuge. Jetzt kommst du nicht mehr weg von dem Planeten. Ja, sieht so aus. Dann musst du mit dem Buggy bis an die nächste Station fahren, Meister. Nein. Doch. Jetzt guck ich hier nochmal, ob ich das einfach mal übersehen habe. Kann doch nicht sein. Nein. Nein. Was fliegst du denn? Du kannst ja, das Schiff kannst du dir wiederholen. Äh. Überall die Versicherung, wo du gerade spawnst. Oder du findest irgendwen, der dich da hinfliegt. Nein, ich werd wahnsinnig. Hier ist keiner. Hier ist kein Terminal zum Schiff spawnen. Ich werd verrückt. Hä? Wo ist das in Jela? Ist auf Jela auch nochmal ein Schiffsbau? Ja, ja. Das ist auf jeden Fall, wenn du auf der obersten Etage bist und dann links aus dem Fahrstuhl oder rechts kommt drauf an, welche Seite und dann stehst du direkt vor fünf so Terminals. Da findest du es auf jeden Fall extrem. Okay. Ja. Auf Jela direkt, es sei denn, du meinst Krim Hex oben. Außerhalb im Orbit. Ja, also es geht ja nur Krim Hex. Ja, das meinte ich ja. Ja. Ob auf Jela auf der Oberfläche noch ein Spawn ist. Ne, ne. Ja. Dann auf Krim Hex halt. So, jetzt hab ich ein Problem. Jetzt müsste ich wirklich 40 Kilometer mit dem Rover fahren. Ja. Ja, dann setzt ihr doch schon mal einen Wegpunkt. Ah. Keine Mist. Zeig uns etwas schöne Landschaft von welchem Mond sind wir jetzt. Äh, warte. Wir sind auf Damer. Damer. oder du findest irgendwen der dich dahin fliegt frag ich brauche es mal selber irgendwas um ein schiff zu finden na doch das kostet was wenn du die nicht die ganze zeit warten willst dann kannst du ja auf pay extra oder sowas drücken und dann achso das schiff hat noch wahre drin dann würde ich auf keinen fall auf claim drücken weil dann ist alles weg damit das schiff resettet bitte gut zu wissen naja das ist halt der versicherungs der versicherungsfeature naja dann noch ein bisschen Zeit ziehen auf der Ingmar wenn das tot in jena steht dann ist es auf dumm hex sind das beide schon follower von dir die ich verpasst habe bisher noch nicht also was also ich weiß es nicht vorhin haben irgendwie viele auf follow gedrückt aber ich weiß nicht ob die zwei bereit sind seid ihr schon dabei Leute heute schlechtes gewissen wenn er jetzt aber die haben auch schon hier eingefügt ja so das erde knirschen und dann weiß ja weiß aber man kann ja auch die tage nochmal vorbei sonst ja nicht skasare aber wünsche dir natürlich viel bei triamina das kenne ich leider nicht aber ich schaue auch relativ wenig twitch schon ab und so aber ich habe nicht so viele Leute denen ich zu schaue und erst recht keinen großen irgendwie angefangen habe ich mit frank hier das war mein erster den ich abonniert habe ja auf twitch also v-sync würde ich ausmachen wenn du ein Problem bist ja oh sasare danke fürs Video hey willkommen und dankeschön kommen wir hier drüber naja also es ist sehr geländegängig das Gerät muss ich sagen sehr geländegängig das Gerät also der kostet glaub ich ähm aber was hat man gekostet 60 70 Euro oder so 50 oder 50 kann ich dir das gar nicht genau sagen ich könnte es ja mal rausschauen gerade eben bin ich nicht auf die Seite gekommen also wenn du ne Constellation Aquila hast dann kriegst du den sogar dazu Stor aber die kostet ein bisschen mehr vielleicht 50 30 cool ab geht ok ok ich bin noch mal gespannt wie das funktioniert hier mit den Modulen umbauen damit du auch deine Türme alle nutzen kannst ich kann mich jetzt verfahren oder machen go to my business bitte das 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 Wenn er jetzt kein Schiff hat, mit dem er's transportieren kann. Ja. Wo? Extreme, Diversa, die jetzt in der Freeland sind. Spawn kann das ja trotzdem in jedem Ding, oder? Was? Universa-Rover. Ne, ne, den kannst du halt nicht überall spawnen, das ist ja das Problem. Nicht meinen? Okay. Oh, oh, Steine. Steine Steine. Hast du wieder ne Macke reingefahren? Ne, bisher ist noch alles klar. Wenn ich später für dich Ingenieur mache, ne? Hm. Wenn du mir andauernd irgendwo Kratzer reinfährst, dann machen wir die einfach so. Ne? Was? Da hab ich dir irgendwie ne Stecknadel in den Sitz, oder so. Warte mal, wo die Berge ja kommen, ich bin nicht drüber. Ah, da hinten scheint das so zu gehen. Was ist denn das für ne kleine Sprechkarte? Ja. Ui. Also wenn ich dich jetzt falsch verstanden hab, Extreme, dann sagst du mir, ich dachte jetzt, du bräuchtest jetzt noch nirgends ein Schiff, um das hin und her zu kutschieren, aber wenn du's dir so kaufst, kannst du ja trotzdem auf dem Planeten fahren. Hättest du trotzdem einen Spaß mit. Ja. Aber schau dir ja auch gerne mal die Cyclone heißen die. Ja. Na? Ja. Cyclone, davon gibt's auch ne Racing Version, die dann wohl ein bisschen schneller sein soll. Und vielleicht gefällt dir das ja noch mehr, als die Öse. Setz das hier, was ich ja gerade mache. Ich glaub das ist nicht so gesund. Ja, genau. Und man kann bloß Black kommen auf jeden Fall mal. Ja, genau. Eine Freundin spielt auch. Das wäre geil. Eine Cutlass Black auch noch. Ja. Für Geradenüberfälle oder was? Ja, das ist aber ein sinnvolles Geschenk. Eine sinnvolle Investition. Jawohl. Mit Geschäftssinn sogar. Dann sind wir ja sogar später in Freelancer im selben Geschäft. Ja. Hier, Extreme. Dann sind wir hier beide bei den Piraten unterwegs. Die Piraten gebaut. Ja. Die Cutlass Blue. Ja. Die Cutlass Blue Upgrade rumlegen. Okay, da bin ich aber nicht lang. Und in der Base Jump mal mit der Kiste. Oh, macht's auch nichts? Sehr schön. Siehste, das ist schon so ne Idee, ne? Vielleicht schenke ich meiner Freundin Cutlass Black. Sie zockt's zwei. War nicht, aber vielleicht kann ich sie dann dazu. Hahaha. Was kostet so ne Cutlass Black heilige Scheiße? Wie viel? Ein 100er. Glatt oder was? Noch, ja. Also die wird ja noch teurer. So, ist sie hier schon teurer geworden? Ja. Das heißt, das wäre ein Distanzierungstropodal. Aber ich glaube, die lässt sich relativ einfach dann auf einem kartigen Spiel an Botschaft kommen. Ja, das auf jeden Fall auch. Hm, ganz schöne Bergziege, dass sie reden müssen. Guck mal, was ich hier gerade vom Berghof brauche. Ja gut, die 6 Federungen sollen auch mal zeigen was kommen. Dafür hast du es ja. Das sieht ja geil aus, alter Schwede. Ich hab noch die Tür offen. Das ist ja aber Luke offen gelassen. Bisschen Frischluft. Ja, Extreme hast du dir später schon Gedanken. Ob du denn in dem fertigen Spiel anfangen möchtest? Was für ne Art Karriere. Oder auch Skazare. Welche Fraktion steuert ihr denn so hart? Frank, dich brauche ich nicht fragen. Ich bin großer Fahrer. Ich bin großer Fahrer. Aber ich glaube, ich werde auch eigentlich recht gut in der Reihe einsetzbar sein. Wie ich gerade bloß die Laune hab. Ich glaube, mir kannst du alles zum Fliegen oder Fahren geben. Oh. Ich fliege alles, fahre alles, was mir da besitzt. Naja, ich hab ja keinen Fuhrpark. Ja. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Ach nö, jetzt schon ne Orga. Nein, danke. Okay. Und warum jetzt genau? Also ich kann's verstehen auf jeden Fall. Sag ich auch überhaupt nichts dagegen. Ich hab's ja auch groß ja noch nicht geschaffen. Aber deine speziellen Gründe bin ich interessiert. Naja, so richtig brauchst du jetzt wirklich noch keine. Außer wenn du natürlich jetzt schon viel der Spielfuß nimmst. Und halt schon ein bisschen was üben willst. Also da ist für mich feststeht, der Spiel werde. So oder so. Und dass es kein anderes Ende, wo eben dran wird. Bei mir anzunehmen. Ist es bei mir nachzudenken und eine Orga zu suchen. Als freier Beantwortung. Ja, aber genau so. Also sie haben auch, da wo ich jetzt geguckt hab, gesagt, so wenn einer alleine spielt möchte und das Spiel alleine entdecken möchte, möge er das tun. Ganz klar. Bei Clan-Geland-Events wäre es trotzdem schön, wenn er dabei wäre. Aber das steht natürlich schön geschrieben. Ich schau, wie viel das abverlangt und wie viel ich selbst entdecken kann. Aber grundsätzlich, wenn mir das natürlich in meinen Kopf steigt, dann werde ich auch zu dem Clan, zu der Orga sagen, ey, eigentlich brauche ich ein kleines Schiff, mit dem ich jedes System anspringen kann und ein Spiel entdecken kann. und dann bin ich dann wieder raus. Ja. War aber so ein freien Bund von Leuten zurück, im Endeffekt auch. Warum habe ich mich einfach so gezielt? Die große Reihe ist ja nicht. Geht's doch nicht. Du hast auch eine gewisse Vorbildfunktion, oder ist der Kanal ab 18? Nein, nein. Ah? Ist er? Hast du das schon gemacht? Oh, oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Da kam grad ein Jump. Nein. Was hast du getan? Ich seh's noch nicht. Ist irgendwas Schlimmes passiert? Ich steh auf der Seite. Nein. Ja. Du Held. Ja, versuch anzuschubsen. Wir springen dran, oder was weiß ich. Warte mal, wir können die Kiste mal sprengen. Genau, wir sprengen die Kiste einfach mal. Aber bitte in schöner Sicht. Ja. Zur Sonne oder so. Oh, fuck. Ich bin aus dem Dings rausgekommen. Jetzt seh ich's. Oh, Mann, Frank. Sieh mal, dass wir da hinkriegen hier. Oh, was ist das hier drin? Wir müssen das eventuell später so machen, dass ich fahr. Na toll, liegt der Bock auf der Seite. Na, dann schieß wir mal gerade, würde ich sagen. Wir machen mal ein Stückchen hoch. Ja, und wenn jetzt du zu einer Orga auf jeden Fall schon mal von... Nein, dann gesasst. Was willst du dann in Star Citizen machen? Transport. Bounty. Exploration. Mining. Keine Ahnung, was gibt's denn alles? Es gibt alles. So, drei Schuss schon mal überlebt. Hier. Aber ich hätte vielleicht die Schilder ausmachen wollen. Mal gucken. Was sagt dir denn das Piraten-Gameplay zu? Kann ich ja jetzt schlafen. Also, wir brauchen noch einen Garner. Hä, was ist denn das für eine lahme Explosion? Oh Gott. Das war ja nix. Guck dir das an, wie es aussieht. Aber was ich gesehen habe, wenn wir jetzt so Raumschiffe zerschießen, da siehst du richtig schön die einzelnen Komponenten, die man später wahrscheinlich weg sammeln kann. Hm. Tores jetzt mache ich bestimmt nicht. Wie fliegst du denn gut, Skasarin? Äh, machen wir mal Suizid hier. Stirb! Mal gucken, wo wir mal wach werden. So, Prost. Ah, gut. Schenke ich mir auch noch ein bisschen Tee nach. Tee? Ja, hier so. Ich stehe in letzter... Ich hab letztens Eis-Tee selber gemacht. Hab irgendwie drei verschiedene Teesorten-Beutel genommen. Eis, ein bisschen Zucker drauf, gut wahr. War aber gut. Und Eis natürlich. Okay. Ingwer, äh, Pfefferminze und noch irgendwas abgefahrenes. Oh, ich bin Krimhex. Ne, doch. Ingwer ist fruchtig. Ich bin Jähler. Ne, wie heißt das? Ich spiele auch noch mit Maus und Tastatur, aber geht schon. Ja gut, Maustastatur ist ja nicht verkehrt. Also es gibt ja manche Leute, so wie Frank, die ja lange Zeit auch so gespielt haben. Oh ja. Ähm... Cargotransport könntest du locker easy komplett Star Citizen ohne Joystick spielen. Meiner Meinung nach. Das stimmt. Dafür brauchst du wirklich keinen Joystick. Oder, wenn du auf Cargo tatsächlich stehst, auch so ein Argo, der die Hull Sea und sowas befüllt. Überhaupt die ganzen Container auf die Schiffe bringt und auf die Häfen. Ah, jetzt bin ich ein Krimhex, aber... Ähm... Okay, und warum nicht? Oder... Frank, hast du ne Idee? Was hast du für ein Schiff? Was hast du? So ein Freelancer. Man kann's nicht ausholen. Nein, es steht da, ähm... Dass es destroyed ist oder was hat es für ein Status? Ich bin in Jähler aufgewacht. Na schön. Stored in Jähler. Und du kannst es nicht rausholen. Das ist natürlich doof. Oder er ist gezwungen Pirat zu werden, um sein Schiff wieder zu kriegen. Das wäre auch lustig. Ein Game Easter Egg oder so. Was ist das? Den Markt hast du ja auch noch nicht gesehen. Ich geh mal runter zum Markt, kannst du ja mal den Markt angucken. Letztens hatte ich ja einen lustigen Bug, da war der Fahrstuhl nicht da. Also ging Tür auf, aber es war ein größeres, schwarzes Loch. Ah, schön. Dann bin ich da mal runter gesprungen. Und die haben sogar den Fahrstuhlschacht von außen richtig geil designt. Okay. Das hast du dann gesehen oder was? Ja, ja. Du hast ja eine Freelancer, eigentlich könnten wir ja mal die In-Game-Szenen mal nachfliegen. Hier, dass du mal draußen mit der Freelancer vorm Fenster rauffliegst. Auf jeden Fall. Das habe ich schon mal so speiseshalber gemacht. Das geht. Ja, das geht. Eier, Knaller, ey. Feiere ich schon die Idee. Das war ja damals. Ja, das zeigen sie jetzt auf dem Video. Aber funktionieren tut es eh nie. Ne, ich bin in Jela gerade gespawnt. Auf der Bergbaustation. Hier gibt es auch die Sandfarben eine Rüstung. Ja, Levski. Ja, sorry. Levski heißt das Ding. Nicht Jela. Sorry, meint er noch. Hä, aber Jela, da ist doch Grimm Hex. Genau. In Jela gibt es doch nur die Grimm Hex Station, wo sein Schiff sein kann. Sorry, war ganz kurz aufgerrt. Ja, ja. Also eigentlich, was immer ging über den Versicherungs-Claim, dass du dann dein Schiff, egal wo du aufwachst, wieder holen kannst. Ja gut, und mit Maus und Tastatur kann man halt komplett Bodenfahrzeuge, eventuell Schiffe und halt einfach Einsatzgruppen. Bodentruppen. Also man kann natürlich auch kämpfen damit, aber ich spiele jetzt mit Maus und Joystick und es ist zehnmal besser als mit Maus und Tastatur. Wo baue ich mich schon auf das Gameplay mit Maus meiner neuen G910 und dem Joystick freue, muss ich sagen. Und wenn dann noch Tablet-Übersetzung kommt, weil meine schicke G910 kann ja auch hier mit Handy und Tablet connecten. Hast du das schon gesehen, Frank? Was? Wo? Du kannst dein Handy und dein Tablet an... Ach hier, die Software, ja. Ja, ja. Und dann kannst du das auch nochmal bei manchen Spielen als In-Game-Tasten verwenden. Da gibt's Rocket Power Grid. Siehst du, äh, Spiele werden da unterstützt, hab ich das gesagt. Da gibt's Rocket Power Grid, da gibt's schon fertiges Star Citizen Profiler. Ja? Ja. Ja, siehst du, wunderschön. Aber ich weiß noch nicht, hab's für 3.0 funktioniert, weil die halt die API noch nicht angepasst haben. Ja. Ja, aber wenn da jetzt schon jemand dran arbeitet, ist das schon mal gut. Na ja. Dann kann man sich das auch zurecht fixen. Ich hab ja auch noch so ein altes Tablet hier, das, was ich im 2.6 immer noch genutzt habe immer mal. Das war ganz cool, auf jeden Fall. Ja, ich hab auch noch ein Auto, das will ich dann auch wieder rausholen. Handy würde ich auch noch drauf packen, dann würde ich mir eventuell noch ein Num-Pad holen. Weißt du, so ein Tasten-Pad? Hm, das habe ich auch. Nur WASD und bla 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 ist. Hast du sowas? Naja, aber das nutzt jetzt nicht nur extra. Ja doch, also ich würde da meine G910 senkrecht stellen. Würde das Num-Pad zum Laufen und für Ego-Perspektive nutzen. Das ist der Tour komplett für Schiff. Es gibt ja so viele Einstellungen, Alter. No. Tablet, Handy, Joystick, Maus und dann müsste eigentlich alles funktionieren. Ich kaufe meine Jacke. Ja, hier habe ich gekauft. Noch eine gekauft. Und ein Werk-Arbeiter-Helm. Ich muss sagen, die Militär-Helme, die sie jetzt rausbringen wollen, die sehen ja mal so tuffig aus. Also das passt überhaupt nicht, finde ich. Wir haben so eine ganz, ganz hässliche Form. Diese komischen Base Caps. Ja, habe ich auch letztes. Also da, was war das? 29.2 irgendwas? Ja. Ja. Kappen waren auch nicht so mein Ding. Aber ich habe ein Bandaner gemacht. Bandaner finde ich geil halt. Schon. Ja. Ja, da gibt es auch eine gute App, wo die Preise vergleichen kannst. Warte mal, ich will es mal kurz posten. Das nutze ich zum Geld machen. Also nicht eine App, aber eine Online-App, Web-App. Warte mal. Ja. Zack. Das ist richtig genial. Du siehst eigentlich recht live, wie die Preise momentan sind. Ja, sag mal. Aber das, wenn hier Extrems-Kaskare, ihr habt auf Twitch ganz normales Bild, oder was? Bei euch funktioniert der Stream einwandfrei. Dann liegt das die ganze Zeit an mir, oder was, dass ich da einen Stream sehe? Wisst du, dein Rechner ist schuldig. Muss ich den nochmal neu aufsetzen, wenn er nicht mal Twitch richtig funktioniert? Mit was für einem Browser hast du Twitch laufen? Weil mit Firefox läuft es nämlich bei mir auch nicht. Mit Chrome geht es. Ja, ich benutze auch jetzt nicht Chrome, oder? Warte mal, kann ich hier irgendwie... Also ich glaube, es gibt dann... Aber warum kann ich bei dir jetzt auch die Qualität nicht einstellen? Darum musst du dich auch kümmern. Das geht, das geht glaube ich nur, wenn du Prime-User bist. Oh, echt? Weil der halt nur eigentlich mit 6000 Kilobits drehen kann. Oh, schade. Schade! Warte mal hier, warte mal hier. Dann stelle ich ganz schön Höhe. Der, der Dings, der gebraucht waren Laden. Ich bin ja eigentlich Switch-Partner, aber halt ich bin halt kein Prime-User. Weil ich habe ja nur die 6000 Kilobit Beschränkung als Upload. Das ist zu wenig. Naja, so könnte man halt in 4K, so wie ich es halt spiele, gucken. Ah, hier, Bumpers Depot, genau, hier wollte ich da hinten. Also was wir dann auf jeden Fall noch machen müssen, hier Ausdauertraining. Dass du halt die Ausdauer erhöhen kannst, wenn du mit der schweren Rüstung unterwegs bist. Mhm. Ja, Exo-Bits bin ich. Und ich bin ein Tropi. Also der, der streamt das Exo-Bits. So. So gesagt. Ich bin nur Moderator. Heute ja. Okay. Ist auch kein Twitch-Partner. Aber mir wird das so angezeigt. Na, vielleicht haben sie doch irgendwas beendet. Weil bei mir haben sie auch meine ganzen Videos von Twitch runter gehauen. Alle meine vorigen Streams, die ich gemacht hatte. So, ich brauche mal schnell eine neue Mischung. Ist euch schonmal allen aufgefahren, es ist über 2 Uhr 2 ist schon mittlerweile. What? Okay. Ja, 10 Follower, das könnte ich mal auf Twitch. Ja, das ist schon ein bisschen wenig, ne. Aber er arbeitet ja dran. Hehehehe. Hehehehe. Wer den Penny nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Wer den Penny nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Aber er hat vielleicht ein paar Menschen verkauft. Was ist das für den Penny nicht surmelt? Aber er hat das für den Penny nicht aufgefahren. Ganz genau. Ich würde 3 Uhr 3. Und die Penny nicht mal aufgefahren. Sonst würde ich mir wissen, dass der Penny nicht errichtet. Und dann muss ich auch mal auf den Penny nicht verbringt, Und wie gesagt, das war mein erster, den ich auf Twitch abonniert habe. Also ich habe halt rumgeguckt, Twitch, bla bla bla, habe gesehen, alles klar, Star Citizen ist auf Twitch aktiv. Das heißt, ich muss mich mit Twitch auseinandersetzen. Okay, hatte ich erst keinen Bock drauf. Dann habe ich BB. Ich erzähle gerade die Geschichte, wie ich zu dir gekommen bin. Dann bin ich halt erstmal auf User gegangen, habe alles klar, wer spielt Star Citizen, und habe runtergescrollt, ganz, ganz, ganz runter, wo ich gesehen habe, ein oder weniger Zuschauer, keine Ahnung. Und dann habe ich da Frank gesehen, habe mir gedacht, cool, der streamt Star Citizen, ja, dann join ich dem mal nach, der ist bestimmt kurz aufgeschlossen. Ja, und dann habe ich noch abonniert. Und seitdem zocke ich auch mit ihm. Ein Normalsterblicher. Jawohl. Ja, ich folge ihm. Genau. Verzeihung. Folge mir. Oh, 2.04 Uhr, die Grammatikpolizei ist online. Nichts für ungutskassale. Ja, Extreme, das ist so. Die Raumschiffe halt schneller zurückholen, das kostet eine Stange, je größer das Schiff ist. Das hat sich mit 2.09 Uhr erledigt. Ab jetzt ist ernst. Extreme. So, wir wollen mal ein paar neue Komponenten kaufen. Das haben wir hier noch. Zivilien wollen wir nicht. Zivilien wollen wir nicht. Doch, das Claimen, das kostet auf jeden Fall. Dann hast du vielleicht Glück, dass es bei dir bisher gratis war. Oh ja, dann habe ich das auch vielleicht falsch verstanden. Zu späte Stunde. Habt Nachsicht. Wie lange haben wir jetzt überhaupt versucht, das Ding laufen zu kriegen? Vier Stunden oder so? Vier Stunden oder so? Eine Weile. Auf jeden Fall eine Weile. Also, ihr müsst verstehen. Ab einem gewissen Zeitpunkt sind die Nährstoffe in den Hirnzellen so rausgeschwemmt. Der geht irgendwo nix mehr. Also, ich schwemme gerade rein. Ja, mit Mission, ne? Gönne dir. Also, was ich mitgekriegt habe, man darf auf keinen Fall Komponenten tauschen, weil dann kannst du dein Schiff eigentlich wegschmeißen. Oh, shit. Okay, da habe ich ja schon drüber nachgedacht. Dann habe ich nämlich mal komplett umgebaut. Alles auf Military und dann, buf, Alter. Seitdem hat meine Clave keine Triebwerke mehr. Du Fuscher, Alter. Weißt du, das ist halt... Hast du das auch noch angeschaltet? Naja, ich habe schon gespeichert. Siehst du, das ist halt, ne? Irgendwelche Teile genommen, eingebaut, nicht geguckt, ob die kompatibel sind. Angeschaltet, paf, durchgebrannt, Alter. Und weißt du, was auch richtig mies ist? Dass du hier die Sachen nicht stacken kannst, damit du nicht sagen kannst, hier, ich will zehn Granaten auf einmal kaufen. Nein, du musst zehnmal einzelne Granaten kaufen. Ah, fuck this. Das ist echt ätzend. Wenn du vor allem das erste Mal deinen Charakter ausrüstest, dir. Ja. Mit schwerer Rüstung, da hast du ja acht Gran... oder sechs Granatenplätze und... Scheiße, da wäre ich so geizig. Weißt du, wenn ich das erste Mal meinen Charakter erstelle, würde ich mir überhaupt gar nichts kaufen. Ich würde mit dir umherlaufen, würde irgendwelche Fracks machen, wo ich irgendwelche Waffen gedroppt kriege und gut ist. Ja, aber Granaten und sowas findest du ja nicht. Waffen, ja, aber Granaten findest du nicht. Was? Security Station ist es nicht mehr, oder was? Und der Security Station hast du auch Granaten gesehen, doch. Ach so, okay. Da kannst du schon noch finden, ja. Ja, ja, siehst du. Aber diese Heilungssticks und diese Sauerstoffsticks, die kannst du ja nur kaufen. Ja, gibt's die Spender nicht mehr, oder was? Nein. Hallo Doku-Hörnchen, das ist definitiv nicht wertvoll, zu sehen. Hallo Doku-Hörnchen, hallo Doku-Hörnchen. Moin moin. Ah, ist das einer deiner Moderatorin? Wer? Doku-Hörnchen. Nö. Wieso hat er denn so ein schniekes Krönchen, oder was davon? Vielleicht ist er ein Quitsch-Reiben-Dings-User, keine Ahnung. Ich guck grad nicht, dass er ein Neues-Inventorien hat. Ja, ich guck grad nicht. Ich guck, ein Twitch-Prime-User ist unter uns, normalsterblichen. Wisst ihr, er ist Prime, yeah. Prime ist in der Haus. Moin moin. Jojo. Prime. Was lustig ist, wenn ich mir Twitch-Prime holen würde, die Hälfte davon, die funktioniert in der Schweiz gar nicht. Also, die Hälfte davon ist gesperrt. Was, wieso? Na, weil Schweiz und so. Ja, was, habt ihr Internet-Beschränkungen wie China, oder was? Das, äh, das geht ja um Preise, also, die haben ja, die haben ja, die haben ja ganz andere Preise immer. Ja. Deswegen können wir nicht mit dem billigen Deutschen, oder mit dem Rest vom EU, können wir nicht dieselben Funktionen nutzen. Oh Mann. Das ist echt mies. Oh Mann, wie bitter. Oder, wenn du Twitch-Prime hast, dann hast du ja auch Amazon Prime. Ja. Und, ja, kannst du auch der Hälfte nicht nutzen. Das ist ganz schön ätzend. Ja, jetzt kommt's raus. Man sagt immer, Schweiz ist so gut zum... Aber es hat schon ein paar Haken, ne? Ja, okay. Wie ist es eigentlich so preislich, äh, lebensunterhalts-technisch? Ne, viel teurer. Also, von deinem Lohn gibst, äh, locker, äh, mal, Eintritt, ne, zwei Drittel ab. Ja? Ja. Also, nur zum Leben. Naja. Da hast du dir noch nichts von gegönnt, so nach dem Motto. Naja, nein, nein. Und, das, was dir aber übrig bleibt, ist es genug zum Leben? Also, auf jeden Fall mehr als das, was ich in Deutschland kriegen würde, ja. Ja, aber ich war jetzt letztens in Luxemburg, aber das ist noch besser. Da kriegst du so viel wie in der Schweiz und bezahlst du so wenig wie in Deutschland. Ja, Luxemburg, Alter, da können wir ja auch gleich über Irland oder irgendwelchen Karibik-Inseln-Steuerlöchern reden, Alter. Naja, aber das musst du mir überlegen. Luxemburg ist ja da genauso, ist ja voll cool, da teilweise. Wenn du dich ja fragst in der Schweiz, warum das so teuer ist, da kommt immer, ja, wir haben ja auch einen größeren Lohn. Und da sage ich, na, und Luxemburg, die haben selben Lohn und bezahlen trotzdem nur so viel wie in der Schweiz. Äh, wie in Deutschland. Oder ein bisschen mehr. Das ist schon heftig, ja. Das finde ich nicht ganz gerechtfertigt. Mensch, das ist eigentlich hier verlaufen, oder was? Ah, hier, die kaputte Steuerungs... Äh, äh, wie heißt das hier? Steuerzentrale. Ja, das kommt davon, wenn man sich immer... Ja, da hast du Rechtskassade. Beziehungsweise finde ich ja, dass es überhaupt gar nicht mehr so ist. Meiner Meinung nach, vielleicht sind das auch Fake News, ich will jetzt hier nichts Falsches verbreiten, ich meine irgendeinem Lesen zu haben, dass die Schweiz zumindest einen Interessenvertrag mit der NATO hat. Ja, die müssen... Und das ist meiner Meinung nach schon wieder ein Bruch in der angeblichen Neutralität, die dieses Land vertreten wird. Die Schweiz wird das auch nicht ewig durchhalten können, wenn denn das Europa weiter besteht, so. Keine Chance. Na, mal gucken. Ich werde wahrscheinlich doch noch ein anderes Land gehen. Aber vielleicht soll ich mit Politik aufhören, nicht, dass sich das noch Zuschauerzahlen kostet hier. Kann ja nicht jeder ab, wenn man da drüber redet, ne? Über Politik. So, jetzt fliegen wir hier mal. Ich muss weg. Scheiße. Es tut mir leid. Ich tauge nicht als Moderator. Ich mache einfach Ingenieur und repariere deine Schiffe. Jawohl, reparieren mein Schiff. Keine Politik, keine Religion, nix. Nur reparieren. Cool. Was ich auch lustig finde, die haben ja extra so das Licht in den Helmen, haben sie ja mega aufwendig gemacht. Aber überleg dir mal, wenn du im Weltall bist und die streiten ganze Zeit so ein komischer, kleiner, komische, kleine Lampe ins Gesicht. Das blende ich, das blendet volle Kanne. Ja. Das ist ein bisschen unlogisch. So, was nehmen wir denn zum Nachhausefliegen? Das ist alles so, Lisa. Meine Merlin ist kaputt. Okay. Besser ist das. Auf was war das denn jetzt bezogen, Skassare? Das war auf keine Religion und keine Politik. Oh, okay, okay. Ja, das sind auch so Themen da. Das muss nicht sein. Sind hier zum Töten, äh, Spielen meine ich. Ah, Super Hornet. Nehmen wir mal Super Hornet. In der Hangar. Hangar 2. Okay, okay. Okay. Ja, das ist natürlich schade, dass wir nicht zusammenspielen können, dass das noch so verhauen ist. Ja, dann stelle ich doch einfach mal den Down-T gleich schon mal ein. Was mir letztens mal lustiges passiert ist, da hat einer seiner Super Hornet selber geparkt und irgendwie wurde die nicht despawned. Da habe ich dann meine Star-Fahrer geholt und die ist auf dem Ding draufgespawned und ist dann hier die ganze Zeit drum im Kreis. Also hat immer Purzelbaume gemacht. Das ist ja lustig auch hier am Hangar. Oh, es ist gerade Nacht. Das sieht wieder übelst geil aus. Scheint der Mond voll rein. Manchmal. Ist einfach ein schönes Spiel. Auf jeden Fall. Da ich auch so ein Grafiknapp bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das könnte mein nächstes Nummer 1 Grafikspiel sein. Nach The Witcher 3. Nummer 1 Grafikspiel. Oh ne, sag nicht, ich habe hier keine Triebwerke drin. Oh, ich werde wahnsinnig mit dem Spiel. Ich kann nicht starten, ich habe keine Triebwerke. Ich kann nicht starten, ich habe keine Triebwerke, nur Super Hornet. Warte mal, können wir das noch einbauen hier? Das ist der Grund, warum man keine Schiffsteile umbauen sollte. Ich kann sie nicht mal auswählen. Ja, leider ist es im Moment so. Ich freue mich so darauf später, an den Schiffen rumzubasteln. Sterne, überall Sterne. Wie bist du eigentlich an Star Citizen? Gelangt Skasara. Wir sind im Discord. Ja, komm Discord, ist ja schon. Da ist auch ein Link drin in der Videobeschreibung. Oder, ach ne, auf Twitch ist es in meinem Kanal unten drin. Sites.ts, Bayer, Österreicher oder Schweizer? Was? Sites.ts? Wer ist der Bayer? Na, das Skasara. Ah, müssten wir noch zum Gamer machen, sonst kommt er ja nicht rein. Im Discord. Dann hat man auch eine Stimme dazu, das geht auch viel schneller, das Gespräch. Auf jeden. Gucken, ob meine Super Hornet... ob meine Saber wenigstens das Triebwerk hat. Letztens hatte ich ja auch einen lustigen Bug, da sind die ganzen Animationen von den Displays waren alle weg. Du konntest nix mehr lesen. Das ist bestimmt praktisch. Beim Fliegen. Weißt du, was ich auch voll geil finde an der Tastatur? Die ist super leicht. Na? Na? Öffnungen von den Tasten sind so nice, wenn dir Staub oder sonst irgendwie Bröckel reinfallen. Wenn du reinbläst, kommen die wieder raus. Also deswegen liebe ich Logitech. Jetzt kann er auch zu uns im Chat kommen. Skasara, ich hab dir mal Berechtigung gegeben. Jetzt kannst du auch runterkommen zu Star Citizen Talk. Heiko, hallo Heiko. Au. Aber eigentlich solltest du rein kommen, oder? Ah, jetzt ja. Hat ein bisschen gedauert. Moin. Moin. Moin, moin. Grüße dich. Streamsturm. Fertig. So, Stream ist aus. Schönen Abend noch. Ne. So, schön, dass du da bist. Ja. Du bist mächtig gleich, so weit. Ich muss dich mal ein bisschen lauter machen. Ja, das muss ich auch gleich machen. Weil das Mink ein bisschen weiter weg ist. So, jetzt. Und hallo im Stream. Hallo Doku. So, einige kennt man ja schon. Und mit einigen ist man ja auch schon geflogen und so. Oh, was ist denn jetzt hier das Problem an der Sabre? Oh, ich werde wahnsinnig. Das weiß ich nicht. Die hat dann auch nicht mal eine Waffe vorne dran. Ja, das auch. Wie ich schon geschrieben habe, das kommt davon, wenn man an den Schiffen rumbastelt in Alpha. Ja, das habe ich einmal gemacht und das nie wieder, Alter. Nie wieder. Aber ich freue mich so drauf, wenn es im fertigen Schiffen funktioniert. Also dann rumbasteln, Komponenten austauschen. Wie was anderes, aber solange die Alpha oder so läuft, bevor das nicht wirklich so zu 100% funktioniert, macht es lieber nicht, weil ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hat 70 Schiffe auf einem Account. Ja. Und der hat den Kugelback. Oh, das ist mies. Und auf seinen zweiten Account hat er auch den Kugelback. Und deswegen geht er mit seinen dritten Dödel-Account, wo er nur ein Schiff drauf hat, gar nicht erst mehr rein. Scheiße. Das ist dann mal richtig hart. Ja, alleine schon das Thema mit 70 Schiffen. Hallo, geht's noch? Das ist schon... Das ist schon eine Hausmarke, also... Da hat er in eine Marke investiert oder zwei? Ja. Also, welche Schiffe auf jeden Fall gehen, ist die Freelancer? Die sollte jetzt funktionieren. Oder die Cutlass 1. Und ich glaube, die Andromeda, die geht auch. Nicht zu schnell klicken. Immer ein bisschen warten beim Claimen und so. Kleiner Tipp am Rande. Ja, wenn man nochmal kurz weggeht, dann geht's auch. Das habe ich auch versucht. Aber ich komme noch nicht mal in den Claim-Computer rein. Als ich in Port-Oli das versucht habe. Was, in den Fleet-Manager? Ja. Aha. So, warte, jetzt vergleichen wir das gerade mal. Von wegen... ...muss bezahlen oder nicht. Ah ja, hast du auf die Kugel geguckt. Wirst du gleich sehen. Warte, 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 warte. Also, wir haben 112, 272. Freelancer. Ja, was dazu gelernt? Jawohl, gelernt. Globs mir doch, wenn ich das schreibe. Aber mir war so, als hätte ich... Oder das ist vielleicht so bei manchen Schiffen. Also, in 2.63, da war es noch so. Da hast du ein bisschen was bezahlt. Okay. Aber jetzt zu 3.0 haben sie es erst mal wieder rausgenommen. Okay. Kattel, Fleck. Das ist ja easy. Mit welchem Schiff komme ich jetzt da weg? Ich glaube, meine... ...Aurora. Die ist... Och, und die ist unknown. Wie alt bist du, Skassare, wenn ich fragen darf? 42. Echt? Ja. Ich bin nicht mehr der Älteste. Yay. Frank abgelöst. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch kein Bayer oder so. Nicht? Nein. Aber woher hast du dieses Sides... Sides-TS? Das habe ich schon immer. Ja? Ja. Okay. Ah, hier, ich habe nur Muster. Lass mal Muster empfehlen. Welche Region? Welcher Dialekt? Ich habe gar keinen Dialekt. Schon mal gut, aber... Ich bin zwar Norddeutscher, aber... Deswegen Moin, ja. Moin, ja. Ich bin kein Norddeutscher, aber trotzdem Moin. Ja, alles gut. Naja, ja. Der Halle ist jetzt nicht so weit unten. Na, das ist Mitte. Mitte. Welches Halle? Halle-Sahle. Bei Magda. Halle-Sahle, da ist mein Vater geboren. So, fliegen wir mal Alpha. Ist ja eh nicht schon umdesignt. Ne, noch nicht, oder? Welcher? Na, die Mustang. Nein, 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 nein. Nee, ist noch das alte Outfit. Ja. Schade. Und ich werde auch die Mustang Alpha behalten. Die wird nicht upgradet oder so. Von meinem Starter-Paket. Da freue ich mich schon drauf, wenn die ja upgradet kriegt. Sieht ja richtig schnittig aus. Was? Ich habe mir die Bilder noch gar nicht angeschaut, tatsächlich. Was hat die Alpha denn für eine Spezifikation oder was kann die besonders? Die ist eigentlich genau das Zwischending von All in All, Mustangs, wenn es so nimmst. Du kannst vier Waffen rabatschen. Ja. Zwar nicht wirklich große oder so, aber sie kann vier Waffen. Und du kannst im Prinzip auch den Cargo-Container hinten ran knallen und alles. Ja, ein kleiner Allrounder. Hm, genau. Ja. Da darf ich auch noch Spielzeugwaffen dran, oder? Was hat das? S2 maximal? Äh, 100%ig weiß ich das jetzt nicht genau, aber... Also S1 auf jeden Fall, ist klar, logisch, aber ich glaube nicht, dass die S2 kann, aber... Du, ich bin mit der, äh, so zwei, sechs, drei Zeiten bin ich mit der Alpha mit vier Waffen dran. Und dann ab in Arena Commander, da habe ich die diverse Leute umgenutzt, die größere Schriffe hatten, ne? Weil die so flink ist. Wir treffen sie nicht. Ja gut, aber das ist halt auch, äh, wenigstens, dass es gilt zu tun. Und da kann man auch das dickste Schiff fliegen, wenn man das nicht fliegen kann. Dann wird man halt abgeschossen. Erstmal das und zweitens bin ich ja auch ein alter Freelancer-Spieler. Ja! Ich habe einen eigenen Server und alles. Ja? Ja, nicht schlecht. Hast du die Crossfire-Mod gespielt? Nein. Hast du die Discovery-Mod gespielt? Nein. Original-Freelancer. Original-Freelancer und dann später haben wir, als wir uns dann zu erwarten, einen eigenen Mod. Ach, wie schön. Alter, das ist ja wie Seelenverwalt. Ich suchte das immer noch, Alter. Ja, ich habe mir jetzt den Link da bei dir, den du vorhin da gepostet hast, mal abgespeichert da. Und dann gucke ich da mal bei Gelegenheit. Ja, Alter. Und sogar Freelancer auch noch auf der Platte, so ist es ja nicht. Oh, äh, habe ich den Fehler gemacht, habe ich in, was, ich wurde gebannt für, ich habe es nachts um halb fünf gemeldet und um sechs Uhr gegen Abend wurde ich wieder entbannt. Ähm, du solltest es komplett frisch installieren, wie es auf der Webseite Stück für Stück beschrieben ist, dieses fünf Schritte. Ja, da können wir zusammen, da könnten wir zusammen durchgehen, das ist kein Problem für mich. Ja, es ist ja, die haben ja einen Download-Link dabei, ne, so wie du gesagt hattest, ne? Ja, also auf der Internetseite steht es. Und da sind drei Links. Dass du hier überhaupt runterladen kannst. Ja. Es sind, glaube ich, drei Links, ich kann ja mal ganz gut... Ähm... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich ein... Ich... Müsste ich jetzt mal, warte mal, müsste ich mal schlumpf gucken. Ich habe normalerweise, wenn ich Freelancer drauf habe, dann mache ich mir immer einen Ordner, wo Freelancer original ist und wo ich dann Freelancer in anderen Ordner modde. Das ist schon mal sehr schick. Aber ich frage mich jetzt nicht, ob ich das jetzt hier gemacht habe. Müsste ich erstmal jetzt hier stumpf gucken, ob ich es überhaupt hier irgendwo habe. Ansonsten... Naja, warte, das kann ich ja jetzt auch alles schön eigentlich in Discord so... Quantum Travel, engage. Ja, hast du nochmal Bock auf Freelancer? Dann werde ich, äh, Frank so lange auf die Netge gehen, bis er sich auch die minkriege 2,1 Gigabyte runterlädt und das auch ein Abmarschen... Streamt. Quantum Travel, complete. Oder allein spielt mit uns. Mein Freund von Goldjahr hat uns gefolgt. Gimio. Yay! Willkommen, danke schön. Äh, müsste ich jetzt wieder neu runterladen. Ich habe es auf einer alten Platte. Ich habe hier noch so eine Festplatte, die per USB-Gubblumms dran ist und da habe ich dann die alten Spiele drauf gehumst. Okay. Im Moment, ich zocke. Ja, was für eine Leiter macht? Ich habe eine 200K-Leiter. Ah ja, dann ist das ja in vier Minuten runtergeladen. Je nachdem, wie der Server ist. Flott. Ja? Muss ich sagen. Ja. Ja, doch schon. Ist ein privater Server in Frankreich steht, da hat einer gesagt. Die Spezifika... Oh, du scheiße, Ping bescheuert. Ping von 25. Oha. Das ist nicht schlecht. Nachts. Ich weiß jetzt nicht, wo mein Server steht. Warte mal, okay, okay, warte mal, warte mal, warte mal. Also ich habe ein bisschen geschaut, wenn ich öfters mal auf Refresh drücke, mag er nicht so, dann springt er ab und zu auf 35 hoch. Aber, warte. Alter Schwede, weißt du, weil ich diese Mustang-Sätze mal bewegt habe? Die ist auch mächtig. Ja, das sieht man. Fehlt ja schon die halbe Kuhfe. Oh. Schön kaputt gemacht, die Kleine. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben halb drei. So, lass ich mal gucken, wie viele Leute jetzt noch auf dem Server online sind. Ich habe mich letzte Nacht auf jeden Fall gewundert, weil da 20 Leute online waren. Was macht denn die Kiste überhaupt? Wie schnell ist denn das? Das war 55, hat die MS hier. 7,36, das war's. Achso, warte mal, ich war voll auf drei. Was? Da sind 37 Spieler drauf. Der Server ist begrenzt auf 110 Spiele. Naja, okay, das ist ja normal, dass sie begrenzt sind. Aber 37 Spieler um die Uhrzeit, ein 18 Jahre altes Spiel, finde ich schon cool. Also, der Chris Roberts hat auch schon eine Überlegung angesteckt, ne? Was dann? Um einen Freelancer wieder aufzupappen. Ja, ich bin dabei. Auf jeden Fall. Bei irgendeinem Stream hat er das mal gesagt gehabt, hier bei Star Citizen Stream. Ich habe auch oft genug... Er hat gesagt, dass sie da mal beigehen wollten und den Freelancer mal wieder ein bisschen neu auferleben lassen und wollten oder sonstiges. Irgendwie sowas hatten sie vorher gesagt gehabt. Aber frag mich jetzt nicht, wann wo und wie. Ja, ja. Ja, wäre aber auch schön. Also, es gab, glaube ich, mal irgendwie ein Projekt, davon weiß ich, da kam es, glaube ich, auf der Xbox, nochmal als Freelancer 2, so ein kleines Remake raus. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Wenn sie jetzt nochmal ein neues machen, fände ich fantastisch. Mit den Schiffsgrafiken, die sie jetzt haben, ohne Ego-Perspektive, nicht fortspielen. Verleg dir mal, du hast die Schiffsgrafiken jetzt von Star Citizen in Freelancer. Ja? Alter. Dann brauchst du keinen Freelancer mehr. Dann hast du ja Star Citizen. Mhm. Ja, doch. Also, Freelancer ist ja immer noch was anderes. Ist ja nicht so komplex wie Star Citizen oder so. Das ist einfach ein Game zwischendurch dann. Ja, ja, ja. Das ist genauso wie mit Dark Age of Camelot. Wenn das die heutige Grafik hätte oder sowas, würde ich das sofort wieder zocken. Das ist oft das, ne? Wenn die Grafik noch stimmen würde, ne? Ja, nun, was willst du von alten Games erwarten? Ja, klar. Aber damals war es fantastisch, ne? Also, ich habe mich damals gefreut. Oh, guck mal, das hat jetzt Anti-Aliasing und was weiß ich. Keine Ahnung. Anti-Aliasing muss in Star Citizen erstmal ausmachen, damit es überhaupt flüssig läuft. Zwei UEC für neun Flügel. Das ist aber günstig. Mhm. Ja, aber wie gesagt, gewöhnt euch nicht an diese Preise hier, ne? In Star Citizen gerade. Also, das wird noch richtig angepasst. Wenn du jetzt mal so denkst, so in zwei, drei Stunden, kannst du locker ein Millionen oder zwei machen. Mit Handeln. Und da werden die Schiffe ganz schön teuer werden im Spiel. Also müssen, ja. So, warte, jetzt hast du den, äh, die Seite noch drin von, äh, Freelancer Discovery? Skasa, soll ich dich nennen, oder? Oder kann ich dich nennen? Kannst auch Heiko sagen. Oder Heiko. Alles klar. Heiko. Aber ihr seid die Ersten, die den Namen richtig ausgesprochen haben. Heiko? Wieso? Nein, Skasaer. Oder Skasaare. Skasa. Wieso? Was ist denn da falsch auszusprechen? Äh, viele sagen Skasasasare. Alter, braucht man ne geschmeidige Zunge, da muss man Englisch bis in Spanisch geredet haben und dann funktioniert das. Ja. Woher stammt dein Name? Heute nicht, ne? Kann ich ja gleich nochmal antippeln, aber wir wollen heute auch wieder loslegen, streamen. Die Nacht heulen. Auch die beiden, die sind dann... Sieht die aus, dass sie das... Ja. Na, schick. Wir machen immer dann so, so komische Sachen machen wir dann. Komische Mitternachtssachen. Wir normalerweise auch, aber läuft ja nicht. Ja, ich arbeite dran, ist zu verleidig. Und spawnt ihr, obwohl nur zwei Leute den Buggy besitzen, spawnt ihr auch denn sechs oder sieben Stück davon und packt die in eine Cutlass und fliegt erstmal nach Jela und macht dann erstmal ein Rainbow Race. Äh, nee. Oder Nachtfahrten. Mit den ganzen Buggy's. Ja. Oder, was wir letztens auch gemacht haben, ist leider daneben gegangen. Äh, Jela, äh, Atmosphäreneintritt, stehenbleiben mit der Cutlass. Hinten den Buggy drinnen und mit einer anderen Cutlass versuchen, den aufzufangen, wenn er runterschaut. Geil. Geil. Und ich bin eins dabei. Um einen Millimeter hat's nicht gepasst. Um einen Millimeter, Alter. Kann euch sogar das... Äh, müsst ihr bei Try auf dem YouTube-Channel gucken. Ja, der hat das da, äh, noch drauf. Ja. Try? Woher kenne ich denn Try? Der war plötzlich in meiner Freundesliste. Ich weiß nicht, woher ich den Typen kenne. Try on Minas. Heißt der nur T-R-Y in, äh, Star Citizen? Ja, genau. Das ist praktisch. Ich hab den, 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 ich hab den auch gesehen, äh, Frank, als ich jetzt, ich hab ja auch jetzt wie viele Monate nicht gespielt? Mh, ne Weile, ja. Ne Weile. Und ich hab drei Einladungen zu Orgas bekommen in Star Citizen, wurde mehrfach angeschrieben, unter anderem von diesem einen Racing-Dude, der voll gute Zeiten hinlegt, dann, äh, keine Ahnung, von noch ein, von zwei anderen Leuten. Ich möge doch in die Orga kommen, bla bla bla, hab ich doch Lust hätte. Ne, tut mir leid, ganz nett, man ist nicht ingame, aber bin schon versprochen. Und den Extrem kenn ich zum Beispiel auch schon irgendwo her, der war bei uns im Streaming glaub ich auch schon gewesen. Ja, das ist auch nett. Ja, man ist ein, das Star Citizen-Familie, kennt sich mittlerweile. Ja. Jack T. Luka T. Kennt ihr auch? Ja, Jack, ach ja, der alte Mann. Ja. Da hab ich auch mal ein, zwei Runden mitgezockt, aber das war dann auch... Dann gibt's ja noch den Weihnachtsmann. Den kenn ich tatsächlich nicht. Ja, der, der sieht aus wie ein Weihnachtsmann im Stream. Okay. Ich glaub, er hat weiße Haare, weißen, schönen Stream-Bart. Ich glaub, ja, ich hab den mal gesehen, ja. Der ist auch ganz nett. Naja, gibt's doch einige. Ja, weißes Gasare dann, äh, du streamst selber oder dein Freund? Ne, der Try macht das, weil ich mach das nicht, weil ich nur ein E5 hab. Und, äh, äh, das hab ich dann auch zu tun. Der Try gesagt, weil er will ja dann auch immer, äh, mal lass uns Multistream machen oder sonstiges. Und ich sag, nee, bringt nix, weil ich bin ja dann auch, bin ja auch bei ihm Mod. Dann sag ich zu ihm, bis du erst mal deinen Chat gelesen hast, weißt du, da hab ich den schon lange gelesen und such schon für denjenigen oder so irgendwie eine Internetseite raus oder so, weißt du, weißt du. Ja, ja, ja. Weißt du, das mach ich dann in der Zeit, äh, und dann, äh, kann ich auch in Ruhe dabei zocken und so. Dann muss ich mich auf mein Stream irgendwie achten oder so. Oh, jetzt, ah, jetzt fliegt er schon wieder in der Maka rein, ne? Alles, was ich rauspolieren, später. Ja, wohl, damit er, damit er nicht langweilig wird. Alter. Fliegt er bloß nicht zu doll gegen, gegen die Station, ne? Ich arbeite dran. Naja, ich meinte ja nur, dein Crime Stat. Crime Stat kriegt man da durch oder was nicht? Ja, was ich letztens hatte, geil, der Typ ist, ich wollte doch mal diese Stationsverteidigung suchen. Hier sind doch jetzt irgendwo Geschütze dran. Die haben mich mal übelst beschossen, wo ich ja mit fünf Sternen angekrochen kam. Das mögen die nicht. Irgendwo war doch jetzt hier Stationsverteidigung, das ist, da gucken wir mal, wo das ist. Wie viele Leute sind wir denn jetzt noch im Stream? Ist noch jemand mit dabei? Acht. Acht? Doch, noch so viele. Ja, hallo da draußen. Schreibt ihr noch, seid ihr noch wach? Irgendwo, ich glaube, unter den Plattformen muss das sein. Da kam mächtiges Feuerwerk raus, auf jeden Fall, aus der Station. Ja, irgendwo sind die Kanonen da. Die sind irgendwo, glaube ich, auch an, äh, nee, an den Ringen sind sie nicht. Manchmal sieht das so aus, als wenn sie auch an den Ringen sind. Aber, so 100 Pro weiß ich das auch nicht, wo die ausfeiern. Machen auch gut Auber. Ja, hab's gefunden. Sind an den Port-Spitzen. Also an den Spitzen von den Landingpads. Ja, ja, ich seh's schon. Ich glaub, ich zock jetzt nebenbei ein Ründchen-Friezer. Hab ich Bock drauf jetzt. Ach Gott, oh Gott. Das wird bestimmt cool, wenn du dann irgendwo dein Grundstück hast und dir so eine Point-Defense-Anlage hinknallst. So eine kleine Base hätte ich auch Bock drauf. Aber echt minimal, so ein Berg oder sowas. Muss ja auch nicht auf UEE-Territory sein, ist mir egal. Gucken, wie viele Leute jetzt noch online sind. 31. Trotzdem noch stattlich. Gibt's denn wenigstens die bekannten Schiffe noch? Bei Freelancer da? Oder haben die da voll ihre Mods raushängen lassen? Die haben voll ihre Mods raushängen lassen. Ja, super. Es gibt alle normalen Schiffe. Okay, sehr schön. Aber sind nicht mehr die Besten, oder was? Plus mega geile Schiffe. Ja, was heißt mega geil, das gucke ich mir in Ruhe an. Ich schicke dir mal meine, die ich schick finde, okay? Oder was fliegst du überhaupt? Du musst mir überhaupt erst mal erklären, was du fliegst, was du spielst. Wenn ich Freelancer spiele? Ja. Adler oder Sabre? Sabre? Alles klar, cool. Ja, sowas in der Art. Dann schicke ich dir einmal die Jackdaw, die ich jetzt fliege. Die hat so ein bisschen was von geschlossenem. Du kommst ein bisschen abgehackt hier durch. Ja, umgeleckt es gerade bei dir. Was zum Glück. Oh, hier, alter Schwede. Ganz schönes Gerät haben sie ja hingepackt. Mit 33er Pantern dran. Naja, Schnauze ein bisschen lang. Ja, Schnauze lang finde ich geil, aber finde ich auch bei Autos geil. Und die Ravens Talon, die will ich mir als nächstes holen. Die finde ich eigentlich noch geiler und die ist ja ein bisschen stärker. Die ist doch von der anderen Klein irgendwie abgekupfert. Ja, du, das sind viele geile. Warte, ich schicke dir jetzt nochmal noch einen coolen Transporter. Transporter? So ein Humbug braucht kein Mensch, ein Freelancer. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass das ein Transporter ist, ist er ganz schick. Also, wenn du dich auskennst, ich bräuchte schon noch ein bisschen... Ja, was heißt auskennen? Weißt du, wie lange ich das Spiel nicht mehr gespielt habe? Auf jeden Fall. Das ist wie Fahrradfahren. Oh doch, ich verlerne das. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo ich hin müsste, um erstmal so die ersten Geschichten zu machen und was der Geier war es alles. Erstmal muss ich sowieso, wenn ich das Ding installiere oder sowas, erstmal bin ich dann hochgespannt, ob diese 16 zu 9 richtig skaliert ist, auch mit den Hutton und sowas. Weißt du, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal das probiert habe oder so. Ich bin da sehr pingelig. Das ist gar nicht so lange her. Und, äh, ja, ich auch. Also, wenn der Hut nicht richtig sitzt oder sowas, dann wird das sofort wieder deinstalliert oder so. Ja, und das wäre ich auch eine Meise. Der sitzt. Die Kugeln, die Planeten sind auch tatsächlich rund und nicht irgendwie verzogen oder so. Die Spielchen habe ich bei Freelancer auch schon gehabt. Nee, das kann ich nicht. Ja, was die nicht sogar alles da mal, äh, da gesagt haben, hier um 16 zu 9 zu spielen, du musst dies ändern, musst das ändern, blablabla, und weißt du, gar ja was. Und dann machst du das, weißt du, im Original, im Solo-Player, funktioniert's, gehst du online, fopp. Ah ja. Du kannst jetzt der Fehler nicht. Boom. Du bist gebannt, wegen Hack. Nee, ich hab doch nur dieses 16 zu 9 Format eingebaut. Ah ja, 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 ganz genau, ja. Also sowas, also, ach, komm mal auf. Äh, ich hatte auch halt eben, äh, alte Crossfire-Mod halt, auch eine Multiplayer-Mod installiert gehabt, hab halt darüber halt Discovery, äh, installiert, hab natürlich das rausgefiltert, was ich wusste, was, äh, mehr oder weniger alt ist. Ja, und da war wohl noch irgendein Fitzel in irgendeiner Kamera.ini oder was, die ich verändert habe. Ja, das ist bei Freelancer eben halt gewesen. Du, für jeden Server, den du gespielt hast, hast du, also hatte ich damals, äh, hatte ich, äh, eine eigene Installation, ne? Ja, ja, ja. Und dann einfach per Shortcard auf dem Desktop, ja, das ist Freelancer da, Freelancer da, Freelancer da, und dann hab ich das dann ja halt über da, darüber gestartet halt, ne? Ja. Kenn ich zu gut. Die Leute, die denn praktisch nur eine Installation hatten oder sowas, die sind dann selber schuld. Hm. Ich hab mich eh angewöhnt. Groß das Game, oder? Bitte? Ist ja auch nicht groß das Game, die 2Gig. Wie süß. Ja, eigentlich schon. Aber ich habe trotzdem ewig... Star Citizen, also, äh, Star Citizen, die Singleplayer-Kampagne soll wohl angeblich, hab ich nur gehört, weiß ich nicht, ob das richtig ist, circa 100 Gigabyte groß werden. Ja, geil, aber ist mir ehrlich gesagt egal. Wenn's das wert ist, bin ich dabei. Das geht ja schon mit den 4K los, ne? Ganze Daten müssen ja auf dem Rechner sein. Ja. Ja. Ja, voll geil. Hab ich gar kein Problem mit. Und die Leute, die das spielen, haben auch kein Problem damit. Das wird jetzt sehr exklusiv. Also, was ich manchmal sehe, hier bei Facebook, in den Foren oder in den Gruppen, was, also, mit was für Rechner manche Leute echt versuchen, das Spiel zu spielen, ist unglaublich. Was für Taschenrechner, das verstehe ich. Ja, okay, was heißt das, was für Taschenrechner oder sowas, ne? Nee, aber richtig, so sechs Jahre altes Zeug mit, äh, einen hab ich gesehen, der hat noch eine AGB-Grafikkarte drin. Ja, super. Also, man wundert sich, dass da nichts läuft. Über 4 FPS. Ja, da muss man auch ein bisschen computeraffin sein. Ja, also, das Spiel ist wirklich nicht gemacht für alle Rechner. War ja von Anfang an klar. Noch nicht. Nee, nee, er hat ja von Anfang an gesagt, dass sie zum Release die Max, also die neueste Hardware brauchen. Ja, 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 das ist korrekt. Aber ich meine, auch wenn das dann ein halbes Jahr alt ist, ist das wieder für Normalsterbliche wieder zu bezahlen, ja. Wobei ich zu dem Zeitpunkt eh aufrüsten werde. Ist ja klar, nicht am Start. Eigentlich, ist eigentlich Intel oder AMD an der Börse? Weiß das wer? Landing, complete. Launch, complete. Ich hab mir überlegt, beschäftige ich mich gar nicht mit so. Ich mag's ja auch nicht und ich mag auch das Geldsystem nicht, aber ich würde darin investieren, wenn die jetzt eh neue Prozessoren bauen müssen, wegen dem Architekturfehler. Und jetzt ganz neue Prozessorarchitekturen rauskommen müssen. Müsste es ja eigentlich voll den Schub geben, ne? Dann würde ich einfach mal so 80% Intel, 20% AMD kaufen. Und dann verkaufen, wenn sie wieder teurer sind. Ja, so einfach ist das aber nicht mit Aktien und so, ne? Ja, leider. Du musst die denn mindestens 12 Monate behalten. Ja. Ja, das wäre ja kein Ding, wenn man jetzt kauft. Wenn man kein Broker bist. Ja. Ja, ich würde das auch für ein Jahr oder länger machen, wäre ja kein Problem mit. Wenn eine komplett neue CPU-Architektur rauskommen muss, aus Sicherheitsgründen, dann muss ja auch alles gewechselt werden. Also überleg dir ja mal, wie viele CPUs gewechselt werden, wie viel Bedarf an neue Architektur da sein wird, einfach weil es sicherer ist. Da wird nichts gewechselt, es wird einfach neu produziert, neuer Handy ist fertig. Ja, klar. Ja. Aber überleg doch mal, die Systeme, die jetzt laufen, die wichtigen Systeme, nicht unsere Systeme, äh, Regierungssysteme, die brauchen alle neue CPUs. Ja. Das heißt, die Produktion wird aber sowas von anschmissen jetzt bei Intel und AMD, dass wir in einem Dreivierteljahr, einem Jahr, Prozessoren auf dem Tisch haben. Ja. Deswegen würde ich jetzt investieren, solange es billig ist. Ja, ja, von wegen billig, ne? Arbeitsspeicherpreise sind ja jenseits von gut und böse, ey. Ja, ich meinte jetzt Aktienpreise, aber ja, du hast schon recht, ja. Ja, ist alles schon... Grafikkarten sind extrem teuer. Grafikkarten, ja. Grafikkarten auch, ja, aber Arbeitsspeicher ist auch richtig nach oben geschossen. Ich habe letztens mal geguckt, gestern, wann habe ich dich das gefragt? Ich habe heute Nacht, glaube ich, Frank hier gefragt, wie das wäre, ob man nicht Star Citizen auf einer RAM-Disk laufen lassen könnte. Naja. Dann halt geguckt auf ein Board und dann, äh, 124 Gig RAM. Und dann, äh, nur Betriebssystem und... Oder, ne, Betriebssystem kannst du gar nicht drauf laufen lassen, oder? Hm, naja, geht schon, aber sehr aufwendig. Macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber zumindest Star Citizen dann auf der RAM, als RAM-Disk laufen. Ja, aber das... Das bringt eigentlich überhaupt nichts. Eigentlich bringt es überhaupt nichts. Aber ist doch schneller als eine SSD, habe ich gedacht. Ja, ja, sicher. Ja, also... Dann sind ja deine ganzen Speicherstände und alles weg. Das ist ja, nachdem du das ausmachst, ist halt alles weg. Ja, also ist es ja doch nicht machbar, so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Also du kannst es einmal starten, also jedes Mal starten, aber du hast dann sämtliche Konfigurationen und sowas verloren. Ja, das ist ja dann für ein Arsch. Ja. Ich dachte, man könnte es als festes Laufwerk. Das geht auch, weil... Also es geht schon, aber die Konfigurationen und sowas, das geht ja alles über dein Profil. Ja, über Windows einfach, oder? Also ich dachte, Windows hätte selbst die Funktion, eine RAM-Disk zu machen. Wenn nicht, hatte meinen MSI-Treiber das auf jeden Fall. Ja. Aber ist auch egal. Ach, so eine M.2 reicht vollkommen. Und ich habe hier auch eine normale SSD, reicht auch fürs Spiel. Ja, da läuft es bei mir auch gerade drauf. Ich habe so eine Schnieke auf dem Mainboard. So eine M.2. Ja. Aber auch nicht, ich habe jetzt kein Geld für, als ich den gut habe. Ich habe 1.6 investiert vor zwei oder drei Jahren. Vor zwei Jahren, glaube ich. Ne, vor drei Jahren, knapp. Wieso kann ich dir das Komet jetzt nicht auslösen, hier? Äh, geh mal an ein anderes Pad. An einen anderen Fliegmanager. Oh, ich habe ja noch eine Schachtel. Oh, hier geht's. Geht's nicht. Hä? Geht nicht? Okay. Ja, beim Try bin ich auf jeden Fall, äh, ausprobiert, habe auf den Server gejoint. Jetzt weiß ich auch, wer das ist. Da waren immer so schön wenige Leute online, immer nur so 20 Leute oder so, habe ich mir gedacht, ja, auf dem Server ist es. Du, wir haben mittlerweile festgestellt, dass die Australier ganz gut sind, äh, in Sachen MPC. Ähm, und zwar, äh, funktionieren die da immer. Du hast nur ein Problem, du hast ein bisschen, äh, ein Moby-Glass-Fehler drin. Okay. Er zuppelt dann immer vor sich hin, da musst du ein bisschen ruhiger miteinander. Immer schön langsam klicken, nicht immer so schnell hintereinander klicken, das Magda-Spiel zum Beispiel gar nicht. Vielleicht dann kann ich mir dann noch spawnen. Da habe ich auch schon längst Geduld gelernt bei diesem Spiel. Und, äh, wie die NPCs meistens kaputt gehen, wisst ihr, ne? Na? Äh, gehst du mal kurz an den Haupt-NPC, bitte, im Stream? Was? Wo? Na, den Typen im Port-Olysar direkt unten, bei dem Fleet-Manager. Oh, warte. Meinst du den Verkäufer oder so, nur random-end-PC? Ne, den Verkäufer. Welcome to the Port-Olysar-Shirt. Ja, der immer noch nicht funktioniert. Ich sag dir gleich, warum der nicht funktioniert. Bin dran. Ah, ich seh's ja noch nicht. So, der funktioniert ja jetzt auch bei dir nicht, ne? Nein. Weil normalerweise würde er ja jetzt ranzoomen. Ja. Und würde mit dir schnacken. Und dann würde es dieses Auswahl-Menü kriegen. Genau, genau. Und, äh, wenn dieses Auswahl-Menü kommt, nicht einfach so weggehen oder sonstiges, sondern geht einfach mit, drückt die F-Taste, geht mit der Maus runter und sagt Goodbye, wenn ihr gehen wollt. Ja. Dann bleiben die auch funktionstüchtig. Okay. Nur so als kleinen Tipp. Äh, das machen nämlich sehr, sehr viele Spieler verkehrt. NPC funktioniert. Oh ja, cool, cool. Und dann drehen sie sich einfach weg. Hm. Aha. Pupp, hat er sich festgehalten. Und dann funktionieren alle NPCs nämlich nicht mehr. Ja. Das hab ich auch mitgekriegt. Das müsstest du so als Warnung eigentlich blenden. Vorher. Es soll ja eigentlich nicht so sein, ne? Also normalerweise muss, kannst du ja einfach so weggehen und dann funktioniert das immer noch. So muss es eigentlich funktionieren. Das ist ja in jedem anderen MMO auch. So war es zum Beispiel auf dem PTU noch gewesen. So hat es auf jeden Fall funktioniert. Wie gesagt, aber das ist eben halt diese Sachen, die, äh, diese Fehlerchen, die sich immer so klangheimlich einschleichen. Ja. Es ist wohl gemerkt, es ist immer noch ne Alpha. Es wird auch lange noch ne Alpha bleiben. Oh ja. Aber die Leute erwarten einfach zu viel schon von diesen Gamen, weißt du? Das stimmt. Und, äh, klar, sind da Leute bei, die weiß eh wie viel, wie hunderte von Euro schon da drin haben oder weiß da geil was. Aber damit haben sie ja im Prinzip das Spiel ja auch unterstützt. Und hier kann ich auch sein Logs einstellen. Das Spiel haben wir nicht gekauft. Wir unterstützen die ja nur, damit sie überhaupt erstmal das Spiel rausbringen. Also meiner Meinung nach können die sich, äh, die Zeit nehmen, die sie brauchen. Nee, ich hab damit kein Problem. Ich hab bis dahin Spaß mit der Alpha. Okay. Wenn es wirklich rauskommt, hab ich lang genug damit Spaß. Geil. Also ich bin nicht derjenige, der die hetzt und jetzt sagst du, oh, ich will jetzt die aber jetzt unbedingt haben und nur weil es auf dem Plan so stand und keine Ahnung. Ja, okay. Wir haben ja auch schon, äh, der Aaron Roberts hat ja zugegeben, dass sie mit 2017 Fehler gemacht haben. Mit das, was sie da erreichen wollten und sowas. Da haben sie sich übernommen. Hat er ja klipp und klar gesagt bei den Einstreamern. Und, äh, du, äh, von mir haben sie auch. Macht in Ruhe, macht fertig, umso besser kann es nur werden. Ja, ganz genau. Da spielen sowieso die Eierliegen, die wollen mich sauer. Also was wollen wir mal mehr? Wenn das Ding später richtig geil funktioniert, umso glücklicher sind wir dann. Ja. Und wenn es jetzt ein Jahr länger dauert, dann ist es so. Oh Gott. Wieso kann ich hier nur 50 fliegen mit der Nox? Was ist das für ein Käse? Weil du ist Fahrwerk. Dann habe ich ein Jahr länger zum Trainieren und die Systeme auswendig zu lernen und dieses Jump Hole zu kennen. Das Ding hat kein Fahrwerk. Ich kann nicht schneller fliegen. Was ist das schon wieder für ein Mist? Flare. On. Oh, komm. Aber die Saber ist doch ein Heavy Fighter in Freelance. Es gibt auch noch eine Very Heavy Fighter Version davon. Wie gesagt, Originalspiel habe ich die immer gespielt, ne? Und bei uns... Ja, ja, aber auch selbst im Originalspiel. Warte mal kurz. Ich bin mir nicht sicher, welches es ist. Ach nee, ja klar. Die Saber Series Z. Ja klar. Die bin ich auch immer geflogen im alten Spiel. Klar. Stimmt, das war das Maximum an Very Heavy Fighter, ne? Aber wie gesagt, ich habe... Meistens habe ich den Adler aber geflogen. Und die nur ganz selten. Ja, aber der Adler, der war... Keine Ahnung. Der ist zwar schon ein Schnieke und der war ja auch... Aber der hat mir nicht so gefallen. Ich brauche ein größeres Schiff. Also mit dem Adler habe ich aber alles weggepustet. Ja klar, er kann sich halt wenden. Vorteil hast du halt. Stimmt schon. Ach so, und der Server ist übrigens ein Roleplay-Server. Also es ist kein normaler Chat erlaubt. Nur so zum Hinweis. Wenn wir in der Gruppe sind, können wir da tüppeln, wie wir wollen, oder? Ja, klar. Also es gibt auch Group und so weiter. Group-Chat. Ich kann sagen. Group mit weit. Irgendwas ist ja kaputt an der Nox. Ich kann nicht schnell aufliegen. Oh, moin Tom. Was geht ab? Genug geagt für heute, oder was? Hallo verrückte Menschen. Hallo Tom. Warum verrückt? Nur weil es drei Uhr ist. Ich gucke auf YouTube oder was? Ja, ja, gucke über YouTube gerade. Ich gucke aber auch über YouTube, weil Twitch bei mir nicht funzt. Ja, ja. Aber auch nur bei dir, Frank. Ja, ja. Das liegt 100%. Hol dir einfach einen vernünftigen Browser. Warum vernünftige ich? Warum Firefox Müll? Also ich finde das Unternehmen an sich nicht schlecht und ich finde der Browser an sich nicht schlecht. Und ich finde die Freeware-Idee an sich nicht schlecht und die Kompatibilität, die sie vertreten. War doch nur ein Scherz. Ich nehme das persönlich. Niemand beleidigt meinen Browser. Heul doch. Also bei mir ist aber auch so. Auf meinem Stream kann ich mit Firefox nicht gucken. Das ist echt magic. Ich werde den Support anschreiben von Firefox. Die müssen das fixen. Naja. Und warum kann ich das Landing Gear nicht einfahren mit der Kiste hier? Boah. Die geht doch sonst eigentlich richtig gut. Wie ist das? Überlebt so den Nox in Atmosphären-Eintritt auf dem Planeten? Hier überlebt alles in der Atmosphären-Eintritt. Ja? Ja. Dann könnte man den schönen Dropshift machen, ne? Ja, das stimmt. Was ich mir überlegt habe, was voll ein nettes Feature wäre. Von welchem Macher ist nochmal die Nox? Äh, irgendwas. Apo-Dingsbums. Ah, ja. Das war sowas Abgefahrenes. Schade. Aber die Dragonfly ist ja von RSI, ne? Ja. Ja. Äh, die Conny zum Beispiel. Die Conny so umgebaut, dass die anstatt diese Ladeluke, äh, vier Dragonfly droppen. Hm. Also als Dropshift. Weißt du, wie ich meine? Ja. Passen vier nebeneinander rein? Sollte passen eigentlich, ja. Und wenn man anstatt jetzt so was zum Runterfahren für die Rope, einfach so vier Klapptüren macht. Hm. Zum Bombendroppen, weiß wie ich meine. Ja. Finde ich voll cool. Warte mal, mal ausschalten das Ding. Vielleicht funktioniert es dann. Hm. Wo war es? Ja und Tom, du auch noch wach zu diesen... Warten. Warten. Das ist hier schon verrückt. Landing gear, down. Shields fully charged. Ich kann einfach kein Landing gear einbauen mit der Kiste. Ich hab von Freelancer damals sogar noch Karten ausgedruckt. Wo die, wo die Frackschiffe sind und so. Ja. Ja, das Spiel. Ja, oder so. Ja, oder so. Zum Anklicken. Zum Anklicken, obwohl jedes Frack drauf war. Klick da mal drauf und klick dich mal durch. Ich find das voll gut gemacht. Und es gibt's scheinbar auch als Tablet-App. Ja, wieso kann ich da nicht durchfliegen? Oder, beziehungsweise hab ich gesehen, dass es für Freelancer eine Companion-App gibt. Für Tablets. Ich hab unsichtbare Wand entdeckt. Echt? Echt? Hier kommst du nicht durch. So ein Beschiss. Ich will da durchfliegen. Guck mal wie viel Verzögerung ich hab. Keine Chance. Ach ja, ich seh's. Was ne Verarsche. Ja, brutal. Da müsste man schon durchfliegen können. Oder es sollten irgendwelche Gitter davor sein. Ja. Sowas mag ich nicht bei solchen großen Spielen. Dann unsichtbare Wände. Ja. Das geht eigentlich nicht mehr. Das ist schon wieder zu sehr Freelancer, ne? 2000er. Das ist zu viel Fusch, ist das. So, mal gucken, ob man hier durchkommt. Hier geht's. Unterm Flugdeck durch. Ich geh krach. Okay. Pfeiler am Weg. Die Ecken, die nicht jeder ausprobiert, ne? Ja. Da wird ja nicht so viel Liebe reingesteckt. Aber es ist noch Alpha. Es ist okay. So, ich glaube, heute ist genug mit Sinnlos rumfliegen. Alleine spielen ist langweilig gerade. Wie deinstalliere ich das jetzt nicht ohne CC-Cleaner, so ich meine. Na ja, also deinstallieren, deinen App-Ordner. Über meine Systemsteuerung. Und dann. Oder über eine Aninstaller-Exe im Ordner. Nee, nee, mach einfach normal, wie du Software deinstallierst. Ja, System deinstallieren. Dann gehst du doch dann in den Ordner, wo du vorhin warst, den Cache-Ordner. App-Data. Und dann guckst du noch in deiner Registrierung nach Star Citizen. Oh, Registry habe ich noch nicht so oft gemacht. Egal, ist auch ganz einfach. Einfach nur untersuchen und dann. Also suchen, nicht untersuchen. Star Citizen und dann dort alles noch rausschmeißen. Okay. Das ist ja merkwürdig extrem. Hm? Bitte? Er sagt, er kann zwei Stunden lang rumfliegen, alles machen, blablub. Aber wenn er nach Port-Oli-Sar springt, hängt sich das Spiel auf. Na ja, wahrscheinlich, weil er zu viele Sachen auf einmal laden muss. Und da wird der Arbeitsspeicher auf. Dann geht er halt in den Postkarten. Ich würde auch am liebsten woanders starten als in Port-Oli. Einfach, weil da viel los ist. Ich habe gemerkt, dass ich, sobald ich die Treppe runterlaufe auf die erste Ebene, droppen die Frames. Sobald ich an die ganzen Computer in der Mitte, an den Ringen da laufe, wo alle Leute ihre Schiffe spotten, droppen die Frames oder hängt sich das Spiel auf. Na, vielleicht müssen wir dich mal irgendwie Grim-Hacks oder Nachlewski kutschen. Ja, so ist das. Dass du dort auslockst. Ja. Vitamin D-Stream ist Screen. RSI-Launcher, nein. Was sind hier, ist das nicht? Ja, nach allem gucken, in der Registry RSI oder Star Citizen alles mal durchprobieren. Ja, warte mal. Wie, du Heiko, wie kann man die Kamera freidrehen, wenn man hier in der Ego, also in der Third Person ist? Geh nochmal auf Ego. Ja. Ja, ich sehe es ja noch nicht. Also, im Raumschiff geht es mit Y. Ja, ja, warte, jetzt drückst du zweimal F4. Ja, habe ich. Und jetzt drückst du bitte Y. Dreht sich immer der Charakter mit. Dann drücke nochmal Y. Ah, okay. Ich bin gespannt. Was ist denn das erste Mal voll beladen hier? Sieht auch scheiß-äßlich aus, das Ding. Das Problem ist, mit Ultraweit kannst du halt nicht die anderen Helmer anziehen. Weil dann kannst du auch so 4 zu 3 spielen. Dann hast du es selber. Ja, und wenn du es nie von vorne gesehen hast, war ja auch nicht. Ja. Wobei, es geht eigentlich. Also, ich finde den Helm jetzt nicht hässlich. Jetzt sehe ich ihn von vorne. Also, ich würde schon lieber einen richtigen Helm anziehen. Aber dann siehst du so wenig nur noch vom Spiel. Hast du wohl noch nie einen Whitey gesehen im Game, oder? War es ein Whitey? Ja, das ist unser freier Bund im Moment. Die White Whiteys. Okay. Oder wenn du irgendjemanden streamen siehst, die Nacht eulen. Da gehören wir eigentlich auch so ein bisschen dazu. Aber die haben dir das auch richtig übersetzt. Weil wenn du dir die Helme anguckst bei den Puppen, dann siehst du, dass der Blickwinkel mehr als 180 Grad wäre. Warte mal, ich kann das ja mal zeigen. Mehr als 180 Grad? Naja. Also, dass auf jeden Fall nichts stört im Sichtfeld. Bei 180 ist das normale menschliche Blickfeld. Und wenn du die aber im Spiel aufsetzt, dann hast du voll die fetten Balken ringsherum. Und bitte nach rechts halten. Da sind Waffen. Wenn du es hier so von der Seite anguckst, du dürftest eigentlich überhaupt nichts sehen an der Seite. Also, du dürftest keinen Helm sehen, rechts und links. Im Sichtfeld. Ja, wenn du so nimmst, hast du schon recht. Das ist schon richtig. Aber wenn ich den mal aufsetze, dann fehlt ja der Hälfte vom Monitor. Ich weiß, deswegen benutze ich die gar nicht. Auch wenn es schwere Rüstung ist oder sowas. Aber dafür bin ich auch umso langsamer. Kommt viel schneller im Puls. Und kann auch sterben, wenn ich laufe. Das stimmt. Das habe ich auch schon hingekriegt. Ja, zum Beispiel der Dusthelm. Hup, habe ich jetzt eigentlich mal so ein Würfel im Gesicht. Tom, was du Typ, Alter. Das erste Mal die Idee, Überfall in Roleplay-Server ist ja schon mal eine coole Idee. Ich bin ja eher so Piraten-Einstellung. Und ich spiele ja auch Zona, teilweise auch Piraten-Sympathie-Sand. Zum anderen der Kommentar, Ich bin Christ, wir opfern Menschen um die Zeit. Sind die schon geil? Sodomy ist kein Verbrechen, das ist in Deutschland zumindest ein Verbrechen. Gulasch. Ja, darauf kann ich jetzt nichts mehr antworten. Naja, also das Helm-Design, das müssen sie auf jeden Fall noch bearbeiten. Meine oben und unten, okay. Du, was heißt, äh, ganz ehrlich, Exo, äh, das Helm-Design, das sind jetzt nur so ein paar Helme und so ein paar Klamotten. Das ist einmal Lesky in Grimm-Hex und bei Port-Molizar kriegst du so ein bisschen was. Was meinst du, wie später, wie viele Klamotten du im Wurst später kriegen kannst? Brutal. Naja, trotzdem sollen sie das richtig machen, wenn sie schon so Wert auf Realität setzen und nehmen. Ja, das wird bis dahin doch noch alles fein geschliffen. Rih, ne, Jüte, wenn ich das schon höre, weil, weißt du, das ist, äh, sowas ist für mich zum Beispiel eine tödliche Kleinigkeit. Äh, überhaupt gar keine Auswirkungen bei mir. Dann sollen sie lieber die Performance mal ordentlich hinkriegen. Na, das auf jeden Fall. Ne? Ja, da sind wir uns einig. Das ist sowas an die. Good purchase. Good purchase. Yes. Ah, das ist gut. Ich bin Christ, wir Opfern Menschen um die Zeit. Das bleibt mir irgendwie hängen, Alter. Wobei, es stimmt ja eigentlich. Wisst ihr, was eine Hexentaufe ist? Habe ich schon mal gesehen, gehört. Wisst ihr, wie man testet, ob eine Hexe eine Hexe ist oder nicht? Ich glaube, da gibt es viele mittelalterische, äh, methodische Methoden. Ja, ja, die, die Hexentaufe. Also das ist mir am ehesten dieser Test, ob es eine Hexe ist oder nicht. Äh, Punkt 1, du brauchst ein Seil. Punkt 2, du brauchst einen Stall. Punkt 3, du brauchst eine Brücke. Du wirfst die Hexe mit dem Stein an die Füße gebunden von der Brücke in den Fluss. Wenn sie sich befreit und weiterschwimmt, ist es eine Hexe und muss sie verbrennen und wenn sie tot ist, war es keine Hexe. Naja. Ja. That logic. Ganz logische Sache halt. So haben die das damals gemacht. Ja. Alles im Namen der Kirche. Jetzt sind wir schon wieder bei diesem Thema. Jawohl. Oh, jetzt habe ich jetzt schon wieder damit angefangen. Größte Sekte der Welt in meinen Augen. Ja, Tatsache. Jetzt hast du aber angefangen. Ja, wollte ich nur mal dabei. Nein, eigentlich hat Tom angefangen. Tom ist schuld. Jetzt sind wir schon wieder dran. Jawohl. Was sind Leute los hier mit Shrey? Hat er keinen Bock mehr, oder was? So, aber ich mache mal für heute das Star Citizen aus. Weil ich habe gerade nicht so viel zu tun. Und ja, und so. Und widmest dich jetzt ganz der Freelancer-Installation. Guck mal mal. So, dann erstmal danke fürs Zugucken, alle Mann. Und, na was, Racing-Sonntag gibt es ja nicht, weil Racing ja nicht funktioniert. Schade. Das ist bei dir auch nicht. Naja, das ist alles in einem und nur, also, nur... Die komplette Arena Commander funktioniert bei mir nicht mehr. Ja, Arena Commander ist auch für den Arsch. Schade. Gute Nacht, Extreme. Gut, dann sehen wir uns vielleicht dann irgendwann im Laufe der Woche wieder. Schönen Abend noch.